Hallo und herzlich willkommen zu Zugzwang. Heute mit zwei Halbfinals. Roos gegen Maluna und Ronny Berger gegen Vlesk. Gleich geht's los. Gehirne am Limit Deutschlands. Das einziges Schachturnier der Welt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Zugzwang Staffel 6. Heute mit den Halbfinals. Sagt man Halbfinals oder Halbfinale? Finalen. Halbfinalen. Mit den Halbfinalen. Nee, Halbfinals, oder? Halbfinals. Halbfinals, ja. Ja, und da haben wir zwei richtig schöne Partien, nachdem wir gestern schon die beiden Viertelfinals, äh, die vier, nee, wie viele waren's? Also gestern und vorgestern die vier Viertelfinals gesehen haben. Tolle Matches. Aber die Favoriten haben sich bislang durchgesetzt, das muss man ganz klar sagen. Der Titelverteidiger Roos trifft heute auf Maluna und Ronny Berger trifft heute auf Vlesk. Ja, Roos stand ja vor dem Ausscheiden übertrieben, aber am Abgrund, ne? Erste Partie verloren gegen Gunnar, zweite Partie schlechtere Stellung, aber hat sich dann zurückgekämpft. Maluna ziemlich souverän gegen Lucia zuletzt. Hart und viel Schach trainiert. Maluna, Ronny Berger, wissen wir, ist ja eigentlich Schachprofi. Aber auch enges Match gegen Bröki. Ja, ja. Ich hab jetzt widersprüchliche Sachen gehört. Er meinte, er habe erst seit vier Wochen Schach gespielt, aber es gibt auch Gerüchte, dass er früher dann doch in der Schach-AG war und so weiter, schon Background hat. Also, vielleicht war er ein bisschen ein Understatement bei Bröki. Auf jeden Fall war er sehr, sehr gut. Warst du in der Schach-AG? Ja. Aber ich war schon relativ gut damals. Und es war dann eher so, um Matches gegen andere Schulen zu spielen. In Hamburg ist Schulschach, ist ganz, ganz groß. Also riesen Spaß. Aber ich hatte zum Beispiel einen Kumpel, der war Leistungsschwimmer. Sechsmal die Woche hat er Schwimmen trainiert und dann am Wochenende, oder fünfer die Woche trainiert, am Wochenende dann Schwimmturniere. Und dann hatten wir Schwimmen im Unterricht. Und dann hat der Lehrer gesagt, ja komm, gehörst du, dann mach du es. Was soll ich den Leuten erklären? Und dann hat der einfach Schwimmtraining gemacht. War das bei dir auch so, dass du dann quasi die Schach-AG geleitet hast? Nee, ich war zu faul, ehrlich gesagt. Also, es wurde kolportiert. Aber diese Schach-AG leiten als Schüler ist auch schlechter bezahlt, als man immer denkt. Ich war damals schon sehr, sehr gierig. Ich habe die Basketball-AG geleitet. Okay. Also, für die fünften und sechsten Klassen. Als fünften und sechsten Klässler? Oder jetzt? Nee, ich war schon älter. Ah, okay. Ich war Oberstufe und hab die fünften und sechsten. Das wissen viele Leute ja auch wieder nicht über dich, ne? Dein soziales Engagement. Ja, super. Also, das war früher, aber ... Ja, okay, aber trotzdem. Ja. Egal. Ach so, wir sind gleich mehr in der Free-Show, ne? Wir sind gleich in der Free-Show. Lass uns doch einfach dann über den Schach ein bisschen reden. Ja. Erste Partie des Abends. Ronny Berger gegen Christian Vlesk. Wie heißt das eigentlich mit Nachnamen? Irgendwas Bayerisches. Blitzenhüttel. Ich glaube, so ist es. Und wir gucken mal, ob die beiden uns jetzt hier zu ... Es ist furchtbar. Ob die beiden uns zugeschaltet sind. Sagen natürlich auch an der Stelle Dankeschön an chess.com, unseren Sponsor. 10.000 Euro kriege ich da. 10.000 Euro, Preisgeld. Wie viel kriegst du davon? Ich hab nachgerechnet. Erster 3.000, zweiter 2.000. Dann, ich hoffe, den Rest. Ah, nee, Gunnar hat auch noch 750 gekriegt, meinst du, ne? Also, müssten zwei ... Nee, wie viele sind ... Vier sind ja ausgestiegen in der ersten Runde. Also, vier mal 750. Wie soll man das ausrechnen? Ist doch möglich. Sagen wir 3.000 geschätzt. 3.000 plus die ... 5.000, fehlen ja noch 2.000. Ja, vielleicht gibt's fürs Halbfinale noch mal mehr Kohle. 1.000. 1.000, stimmt. Jetzt haben wir sie gleich raus. Ja, aber da bleibt ja für uns nix mehr. Ah. Okay, aber das heißt, man kann hier heute auf jeden Fall ein bisschen was schon mitnehmen. Mal gucken, wer hier heute die 1.000 mitnimmt. Das würde nämlich bedeuten, dass derjenige ... Die 1.000 haben sie schon mitgenommen. Es geht jetzt um die 2.000 für den Sieger, oder? Das ist doch schon das Halbfinale. Aber wenn du im Halbfinale ausscheidest, kriegst du 1.000. Ja, also wer ausscheidet, nimmt die 1.000 mit. Genau, wer ausscheidet, nimmt die 1.000 mit. Deshalb hab ich ja ... Ach, es ist alles kompliziert. Hey, Jungs, na, wie geht's euch? Alles klar? Hallo. Hey, hey. Christian Grützenhüttel hier. Christian Grützenhüttel und Ronny Berger. Schön, euch zu sehen. Wie war die Nacht für euch beide? Habt ihr ruhig geschlafen? Habt ihr viel geschlafen? Seid ihr ausgeschlafen? Seid ihr nervös? Gebt uns mal ein bisschen Feedback über euren Zustand gerade. Von du an. Ja, ich bin früh aufgewacht. Ich konnte nicht so gut schlafen, weil ich wusste, ich muss heute gegen Ronny Berger ran. Und ich hab überlegt, ob ich Fabian noch anrufe und frage, ob wir tauschen können und nicht gegen Maluna-Spieler. Aber ich hab Fabians Nummer leider nicht. Deswegen hab ich gesagt, ich spiel einfach trotzdem gegen Ronny. Wie heißt der? Fabian? Fabi-Krani. Ach so, Fabian. Ich dachte, Rus heißt Fabian in echt. Nee, nee. Aber das wär auch cool gewesen, oder? Rus, Ronny, aber vielleicht sehen wir das ja noch. Leak. Hoffentlich nicht, weil das würde heißen, dass ich rausgeflogen bin. Also ich hab, bin um 4 Uhr morgens ungefähr eingeschlafen. Und ich bin nervös. Aber das ist dieses, ich war die ganze Nacht nervös und konnte deswegen nicht schlafen nervös. Vor der Prüfung. Das ist so ein irgendwie nicht so gutes Gefühl. Aber wenn's dann losgeht, bist du on point. Dann kommt dir die Fokus-Hose. Das ist das Gefühl zumindest. Jetzt, wo ich hier drinnen sitze, in der Höhle, fühl ich mich besser. Ich fühl mich fokussierter. Das ist so ein Modus, Herr, irgendwie vom Körper. Die letzten Reserven. Wo sitzt du da überhaupt? Das sieht aus, als ob dich einer im Schrank eingesperrt hat. Ja, ist so. Das ist der Schrank. Der Schachschrank. Wurde du auch in den Schrank eingesperrt und dann deine Eltern gesagt, spiel Schach. Komm raus, wenn du die Aufgabe gelöst hast. Ich war ja auf dem Schiff, wir hatten keinen Platz für Schränke. Ich hatte immer meine Hundekoje. Das war alles, was ich kannte bis 18. Das hat dir ja nicht geschadet. Lesk. Zurück zu ... Hast du trainiert noch mal? Hast dir noch mal was angeguckt? Hast du Ronny studiert gestern? Ja, so viele Stunden waren dazu nicht. Aber ich hab mir schon noch mal Bröki und Ronny angeguckt. Ja, war schon ein gutes Niveau. Aber ich hab ein bisschen drauf geguckt, was gemacht wird. Ja, aber es ist halt Standard. Das passiert halt auch Spiele. Jan, worauf müssen die beiden achten? Was kannst du ihnen jetzt noch kurz mitgeben vor dieser Partie? Es ist natürlich eine Frage der Strategie. Ronny, glaub ich, der erfahrenere Spieler. Das heißt, Lesk kann versuchen, gleich ihn in chaotischeres Fahrwasser zu lotsen, was ja gestern gut geklappt hat. Aber es kann sich natürlich auch rächen. Ich weiß nicht, ob Ronny denken wird, okay, ich spiele solide, es hat gestern gut geklappt. Oder ob Ronny da wieder eine auch aggressivere Taktik einstudiert hat. Und ansonsten, was soll ich den beiden erzählen? Das sind beides Veteranen dieses Formats. Sie wissen, zehn Minuten, zehn Sekunden. Wie ist das, jenes? Möge der Bessere gewinnen. Das ist doch ein sehr schönes Wort. Der Viertelfinal-Gatekeeper. Im Viertelfinale hau ich immer eine Person raus und dann verabschiede ich mich einmal im Halbfinale. Seit vier Zugzwangs oder so, glaub ich. Ja, ich kenn das Problem. Heute ist die Chance, der erste Finaleanzug für Vlesk und für Ronny Berger. Ich glaub, das erste Mal bei Zugzwang, aber beim letzten Turnier trotzdem im Finale, ne? Also Ronny Berger kenn ich eigentlich nur im Finale. Ja, das war bei dem Turnier von Reift. Der hat ja auch mal ein Schachturnier gestartet. Und genau, da bin ich Zweiter geworden. Bin im Finale dann rausgeflogen gegen Johnny, der ja auch mal schon bei Zugzwang dabei war. Gegen wen hast du denn am Halbfinale gespielt? Gegen Johnny. Ach so. Ihr habt schon mal gegeneinander gespielt? Ja, ja, wir haben schon mal gegeneinander gespielt. Und wie ging das? Also war das knapp oder? Nee. Aber was soll ich sagen? Also man kann's ja nochmal angucken im Internet. Ronny hat es 2-0 gewonnen, glaub ich. Die Matches waren schon nicht, die waren schon einigermaßen ausgeglichen, bis halt irgendwann mein Turming. So, das war das Problem, glaub ich. Okay, dann schauen wir mal, wie das heute ablaufen wird. Regeln hat Jan ja auch schon gesagt. Zehn Minuten plus zehn Sekunden nach jedem Zug. Das ist auf jeden Fall genug Zeit, um auch ab und zu mal über die Züge nachzudenken. In diesem Sinne, wenn ihr bereit seid, hebt die Daumen, dann legen wir los. Alles klar. Leskes kommt bereit. Oh, ich muss doch, ich darf ich noch, ich, sorry, dass ich euch jetzt zu dir ab unterbreche. Aber, ja, ich möchte meine Mutter und meine Schwester grüßen. Nein, ich wurde ja gestern ein bisschen zu Recht dafür, ähm, nicht beschimpft, aber ich wurde dafür kritisiert, dass da bei mir der Chat offen war. Da wurden natürlich keine Züge vorgesagt oder irgendwas, da war nur Emote-Chat, aber damit's alle jetzt wissen, ganz offiziell, hier ist alles zu, hier ist alles aus, die Broadcasting-Software wird minimiert. Und, ähm, ich seh nicht mal mehr, ob ich selber live bin. Stärk, stark. Sehr gut. So wollen wir das sehen, allgemein. Es streamen hier ja viele, klar ist, Chat zu, wenn dann Chat auf Emote-only. Und wenn dann Sachen haben. Aber wir gehen sowieso davon aus, dass hier niemand cheatet und das macht keinen Sinn, bei Zugzwang mitzumachen und dann zu cheaten. Außerdem hat Jan gesagt, du würdest es merken. Na klar. Würdest es merken. Auch wenn man nur ab und zu mal cheatet, wenn man ab und zu den richtigen, wie willst du denn das merken? Okay, das höre ich trotzdem mal. Wenn ich gegen dich spiele und cheaten würde, lass sie doch bitte spielen. Ja, ist ja gut, wir fangen jetzt an. Los, bitteschön, mach mal jetzt hier. Alles klar. So, das sieht gut aus. Ich seh die Partie noch nicht, aber vielleicht gleich. Ich seh auch noch nichts, ich will jetzt hier auch das auf meinem Rechner mit haben. Ich folge hier einen Döner mit Schaf, bitte. Startet es dann automatisch, nur weil ich ihm folge? Das ist die Hoffnung. Aber. Nee, refreshen wir mal, Jan. Ich refreshe auch mal. Jetzt, jetzt haben wir es. Alles klar. Ready. Es geht los, meine Damen und Herren. Vleskowitsch mit den weißen Steinen. Ein Döner mit Schaf, bitte. Das ist Ronny Berger. Wobei, ich weiß auch nicht, ob Ronny Berger sein echter Name ist. Mit den schwarzen Steinen. Was glaubst du, welcher? Was ist der Fake? Ronny oder Berger? Ich glaub, beides. Okay, das kann sein. Aber es ist schon ein guter Name auf jeden Fall. Sehr guter Name. Ronny Berger würde ich gerne halten. Bauna E4 von Vlesk. Bauna E5 von Ronny Berger. Das ist natürlich die große Frage. Bleiben die beiden hier in Eröffnung treu? Ja. Vlesk spielt wieder das dänische Gambit. In der Hoffnung, dass dieser Bau hier geschlagen wird. Dann würde er mit dem Läufer rausgehen, den zweiten Bauern auch noch offerieren. Also, er hat sich vorbereitet. Und Ronny Berger, überrascht von diesem Zug, schlägt den Bauern. Da kommt der Läufer, da kommt der Läufer. So kennen wir den Christian. Keine, keine Rücksicht auf Bauernwetter genommen. Und Springer nach F6. Hat Ronny Berger das einstudiert? Oder improvisiert er jetzt? Sagt sich, ich sollte nicht zu viel Bauern schlagen. Sondern versuchen, Figuren rauszukriegen. Vlesk schlägt jetzt den Bauern zurück. Hat einmal und weniger, aber hat Initiative. Dieser Bauer droht vorzurücken. Gute Eröffnungswahl von Vlesk. Ich hatte eben gesagt, da er, glaub ich, der Außenseiter ist, sollte er versuchen, aggressiv zu spielen. Und vielleicht Ronny Berger hier zu erwischen in der Eröffnung. Aber es wundert mich ein bisschen, weil er hat die gleiche Eröffnung gestern gespielt. Da hat Ronny das wohl nicht mitgeschnitten. Das überrascht mich auch. Ich dachte, Ronny hätte das einstudiert. Aber vielleicht war Ronny von dem dritten Zug. Bauer nach C3. Bisschen überrascht. Andererseits ist hier natürlich auch noch nichts Schlimmes passiert. Ronny hat einen Bauern mehr. Geht gerade erst los. Vlesk sollte jetzt diesen Springer entwickeln, um mir den Bauern vorzupuschen. Und ich weiß nicht, wie viel er da einstudiert hat. Denn Weiß hat Spiel für den Bauern, aber es ist nicht elementar, wie man das entwickelt. Also er muss da gleich ein paar kreative Züge machen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Aber erst mal soll er jetzt mit dem Springer raus. Kontrolliert die Zentralfelder, bereitet auch Hale vor und bereitet hier halt auch vor, diesen Bauern vorstoßen zu können. Ist das jetzt von Ronny Bergers T-Shirt oder Pulli? Ich weiß nicht, was das ist. Trip. Trip. Trip, oder? Brip, oder? Ist auch ein B. Brip macht doch keinen Sinn. Das muss doch ein Trip sein. Brip. Da rechts. Ist auch ein B. Vielleicht ist es ein Brip. Ja, ich bin da so wie du. Du magst auch nicht so gerne so viel Schriftzüge auf Klamotten, ne? Nee, ich bin meistens sehr einfach. So ein kleines Logo finde ich okay. Aber sonst, wenn es zu groß ist, die Schrift sind mir immer schon raus, tatsächlich. Aber Ronny kannst es tragen. Es gibt einfach auch gewisse Klamotten, die passen zu gewissen Leuten. Zum Beispiel Fabi Kranie und seine Wanderschuhe. Das passt einfach. Ja, wobei, ich hab das Konzept von diesen Schuhen noch nicht verstanden. Ist ja irgendwie so ein coole-Leute-Ding. Aber ich denk trotzdem auch immer an ... Marken muss man es nicht nennen, aber so ältere deutsche Leute, die auch bestimmte Marken ... Oder auch nicht deutsche Leute, die bestimmte Marken und Schuhbrand zu bevorzugen. Und Fabians Schuhe sehen immer so ein bisschen so ähnlich aus. Aber es ist ja die umgekehrte Message eigentlich. Ja, also es ist natürlich der Dad-Schuh. Ist natürlich, so heißt das ja. Heißt auch ironisch. Ich blick dir nicht mehr gut. Ja, der Dad-Schuh ist natürlich so ein bisschen der Papa-Schuh. Nicht der tote Schuh. Dafür steht das, Dad. Und ist natürlich so ein bisschen ... Hat sich natürlich aus dieser Ironie, sich hässlich zu kleiden, entwickelt. Aber auch so ein bisschen dieses used, also gebrauchte Klamotten, oversize. Ist egal, wie groß die sind. Ähm, wie die aussehen. Aber Dash-Schuh ist noch eher so ... So ein bisschen Understatement in Form von Klamotten. So 80er-Sneakers, so Nike Air Monarch und so, oder? So diese klobigen, oder? Ja, so ein bisschen, ja. Ich blick nicht mehr durch im Schuhgame, aber ... Dafür hab ich dich. Ja. So, hier wurden Figuren rausgezogen. Sprecher nach F3, wie von mir gewünscht. Der Läufer kam nach C5. Und jetzt muss Vlesky überlegen, stößt er in der Mitte vor mir, diesen Bauern? Und versucht gleich Druck auszuüben. Ja, macht er. Und er tut es. Gut vorbereitet, gefällt mir gut, wie Vlesk das hier angeht. Aggressiv setzt Ronny Berger unter Druck. Und Ronny Berger jetzt schon mit keiner leichten Entscheidung. Denn wenn der Springer Sprenge ... Ein Thema, was wir gestern schon so ähnlich hatten. Wir können zum Beispiel der Läufer hier reinschlagen. Gefolgt von dem Damenschach. Und ... Den ... Ich wollte im Schach stehen. Und genau, der Läufer wäre angegriffen. Also, Ronny unter Druck. Aber ich frag mich immer, ob das auch schon alles im Plan mit inbegriffen ist. Du siehst das natürlich, aber sieht Vlesk das auch schon so? Oder denkt er eher so von Zug zu Zug? Was ist ... Ah, er rochiert gleich. Also, er geht an dieser Chance vorbei. Sehr, sehr typisches Thema haben wir in ganz vielen dieser Stellung. Ich hab vorhin sogar im Stream hier ... Genau, was ich meine. ... eine ähnliche Falle noch mal vorgeschlagen als Vlesk-Eröffnung. Also, ich laufe CF7 und dann Damenschach. Typisch, aber Rochade ist auch kein schlechter Zug. Gibt Ronny jetzt nur eine Atempause, die er nutzen könnte, um auch zu rochieren. Was er nicht tun sollte, glaube ich ... Das sind schwer zu viele Pfeile, ne? ... ist, diesen Springer, diesen Bauern zu schlagen. Denn dann könnte er in eine gemeine Fesselung laufen von diesem Turm. Ist Springer G5 irgendwas Geiles? Ähm ... Ja gut, schwarz wäre erst mal dran. Noch würde Springer G5, glaube ich, pariert werden dann, weil dann der Springer hier schlagen würde. Diese Pfeile, ich muss ja nicht aufpassen. Ähm, und gleichzeitig den Bauern überdecken. Aber dann könnte ... Ah nee, scheiße, der ... Dann würde er ja gleichzeitig sogar noch F7 decken. Ja, klar. Das war da ... Ja, das ist natürlich ... Da müssen wir den erst weg ekeln. Zum Beispiel mit H3 und dann. Äh ... Erst mal muss Ronny jetzt einen Zug machen. Für mich sieht Kurz-Rochade naheliegend aus. Vielleicht überlegt er aber den Bauern schlagen kann. Das wirkt sehr gefährlich. Ich kriege mich jetzt schon aus dem Konzept. Verdammte Scheiße. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich machen soll. Nee, alles okay. Er steht auch unter Druck, aber Kurz-Rochade. Ja, Kurz-Rochade. Ist doch gut. Ja. Mit dem hier? Man kann nicht so machen. Boah. Ronny ist aufgeregt. Ich bin immer noch am recherchieren, wie alt Ronny ist. Also es gibt die Internet-Quelle, die sagt 33. Es gibt auch menschliche Quellen, die sagen 22. Ich denke, wir werden es nie erfahren. Ich muss ihn fragen einfach. Das ist die einzige Möglichkeit. Die gleiche menschliche Quelle, die sagt, dass Matteo 29 ist? Nee, Matteo stand ... 41. Ich weiß nicht, wie alt Matteo ist. Ich glaube, er weiß es selber nicht. Ja. 89er-Jahrgang, sagt das Internet. Sei doch. Das ist echt um einiges älter, als ich ihn geschätzt habe. Ich glaube, das stimmt auch nicht. Wieso denn? Wir müssen da am Ball bleiben. Ich kriege das raus. Ich meine, ich weiß halt auch nicht, was du weißt. Ich muss es von Ronny erfahren gleich. Ja, aber dann ist jemand gepinnt und ich habe eine Figur entwickelt. Was kann nur jemand wissen, der 33 ist? Es greift immer noch das Feld unten an, aber da gibt es ja keine akute Gefahr. Es überlegt hier, bringt den Läufer raus. Ist ein guter Zug, greift die Dame an. Ich war nicht ganz sicher, ob es so viel bringt, weil der Läufer dazwischen zieht und das macht Ronny auch sofort. Und sich damit in Sicherheit begibt. Also, ich hatte keinen Follow-up gesehen, für was du redest. Völlig logischer Zug. Ich wusste nicht, wie es jetzt weitergeht. Wenn er schlägt, dann kann die Dame schlagen. Der Bauer ist ja häufig angegriffen. Er könnte jetzt mit dem Läufer zur Seite gehen. Sagen, der Springer steht noch ein bisschen schlecht. Aber dann hätte Schwarz auch wieder Zeit, sich vielleicht zu befreien. Aber ich glaube, Ronny hat hier das Schlimmste überstanden. Lesk hat logische Züge gemacht, aber nicht in einem Moment zum Punchen gefunden. Das war dieses Läufer schlicht F7. Jetzt hat Schwarzenbauer mehr. Der ist angegriffen. Ich sehe erst mal nichts Dramatisches. Ich weiß. Sollte trotzdem okay sein, weil es steht so aktiv, dass es hier bestimmt nicht so schlecht ist. Wenn er schlägt, dann den Springer in die Mitte zieht oder so. Aber es wirkt, als wäre die erste Gefahr erst mal gebannt. Ja, Ronny guckt auch schon mehr so zufrieden. Er redet vor allem. Wir können ja mal hören, was er die ganze Zeit sagt. Du hast Spezial-Gambit auf der C-Linie. Ich habe das noch nie gesehen. Das hat der gestern nicht gespielt, oder? Gestern kam nicht. Nee, der hat eine andere Antwort auf den Zug bekommen. So war es. Ich dachte, sein Zug wäre mit der Dame. Ich habe einfach antizipiert, dass das sein Zug wäre. Also er redet von der Störung nach dem zweiten Zug. Weil Shorty gestern direkt eine andere Antwort hatte. Shorty hat so gespielt. Auf den Zug ganz am Anfang. Und so. Verdammt. Und Ronny dachte, dass Vlesky mit der Dame zurückschlagen will. Aber die Idee, dass er sich auch ein bisschen verraten gestern war. Er meinte, dänisch ist hier dieses Baun-Opfer, was ja auch kam. Nutzererklärung, zurück zur Partie. Baun-H3, nee, 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 nee. Das ist ein Fehler. Ja, weil jetzt einerseits der Sprenger Zeit hat, hier zu schlagen. Ist ja unterstützt von dem Kollegen. Und dadurch, dass der König raus ist aus dem Zentrum, ist es nicht mehr gefährlich. Andererseits könnte auch der Läufer hier schlagen. Also nee, das war, äh, das war schlechtes Timing jetzt. Und Ronny ist ja sehr, sehr gut im Durchzählen bei diesen Trades, was da übrig bleibt. Ich glaube, das wird er sehen. Aber das hätte er doch auch, wenn er einen anderen Zug gemacht hätte. Ja, deshalb ja, vielleicht den Läufer wegziehen, den Bauern noch verteidigen. Oder halt hier schlagen. Und wenn die Dame schlägt. Dann mit dem Sprenger in die Mitte den Druck ein bisschen aufrechterhalten. Jetzt hat Ronny eine bequeme Wahl zwischen hier schlagen oder hier schlagen. Ja, mach. Das steht hier, ist in Ordnung. Ah, ich hätte wahrscheinlich den Bauern weggenommen. Jetzt sollte Vlesk den Sprenger schlagen. Ja, Ronny ist, wirkt schon sehr siegessicher wieder. Oder vielleicht täuscht es auch. Aber ich kann nicht so genau lesen seine ... Nee, er hat auch ein bisschen den Wahnsinn in den Augen, finde ich so. Ja? Aber da kann alles draus entstehen. Ich glaube, vielleicht ist das auch nur ... Ich glaube, der Wahnsinn ist die Fassade. Und dahinter steckt ein wacher Geist. Ein kalkulierender, wacher Geist. Schlägt, hängt, langt zurück, vorweg. Ja, das ist nicht geil, aber ... Aber noch nicht verloren. Nö, nö. Jetzt noch im Rahmen war auch der beste Zug, jetzt den Sprenger zu schlagen. Deshalb, wie gesagt, ich hätte eher mir den Bauern geschnappt. Denn jetzt lebt der Bauern noch. Und der engt schwarz ja ein bisschen ein. Ronny könnte versuchen, den anzugreifen hier von der Seite. Aber der Turm kann ihn im Blick behalten. Also hier ist noch alles drin. Hast du mit Vlesk was zu tun hier, außerhalb von Zugzeugen? Spielt ihr irgendwelche ... Ich weiß nicht, was hier so für verrückte Spiele spielt da draußen. Among Us, Valorant, Mario Kart, keine Ahnung. Nee, tatsächlich. Also seit der Among Us-Phase habe ich auch länger nichts mehr mit Vlesk gespielt. Tatsächlich. Das ist ein sehr beliebter Streamer. Ständig irgendwo eingeladen und so. Ich brauche nach D6. Guter Zug von Ronny, finde ich, bei näherer Betrachtung. Er befreit den Läufer und untergräbt auch diesen Vorposten. Ich dachte, dass Weiß jetzt den Springer schlagen sollte. Die Dame würde zurückschlagen und dann den Bauern schlagen. Aber ... Es war schon wieder zu viel Fall. Am Ende dieser Variante könnte Schwarz sich hier bedienen. Und ja, Ronny steht jetzt ein bisschen besser. Das steht erst auf D6, vielleicht auch in Ordnung. Erst mal gucken, wie Schwarz antwortet. Das gibt Ronny jetzt die Chance, nicht zurückzuschlagen, sondern seinen Läufer gleich rauszubringen. Mit der berühmten Fesselung. Und Schwarz zum Vorteil. Noch nicht entscheidend, aber brauchen wir. Figuren draußen. Ein guter Beginn. Macht der auch. Der macht es. Der ist halt gut im Schach. Der ist wirklich gut. Warum laden wir so gute Leute ein? Ich konnte nicht. Allgemein, wir brauchen also nicht nur bei dir, aber wir brauchen auch wieder die Rocket Beans-Leute, oder? Ja, Krane. Krane muss jetzt mal mitspielen, um die Ronny Bergers zu stoppen. Ich glaube, Krane ist auch gar nicht so schlecht. Sag ich ja, sag ich ja. Den Pokal sozusagen im Haus zu behalten. Ah ja, Krane, Tim, wir haben noch. Tim, ja. Wir haben hier ein paar Schachbegeisterte. Ist aus. Und ich glaube, wir haben auch ein paar, die das gar nicht so oft sagen, aber auch viel spielen. Meinst du, ihr habt so Undercover-Schachspieler, denen das unangenehm ist, vielleicht auch, wie viel? Arno spielt auch Schach, also kann Schach. Ja. Weißt du, nicht jeder gibt damit an. Hier geht es weiter, D-Schick, C-7. Partie entwickelt sich logisch. Und Ronny sollte jetzt zurückschlagen. Er könnte auch die Damen tauschen, aber damit würde er diesen gefährlichen Bauern am Leben lassen. Das würde ich nicht riskieren. Deshalb lieber den Bauern schlagen. Und er hat halt das Glück, dass dieser Springer sich hier nicht bedienen sollte, weil dann die Dame fallen würde mit dem anderen Läufer. Also immer noch Vorteil Berger. Aber es hat ein bisschen Blunder-Potenzial gerade, weil hier gerade viel passiert. Ja, viele Moving Pieces, aber ... Jetzt kann er den ... Ich glaube, die haben das alles im Blick. Was hältst du von Springer auf E4? Ja, kann er machen, um den Läufer anzugreifen. Der müsste dann wegziehen. Ja, vielleicht Springer hier, um die Dame anzugreifen. Aber es gibt halt nichts so wirklich durchschlagendes. Schwarz hat immer relativ solide Antworten auf diese ganzen Versuche. Schwarz ist besser. Hattenbaum mehr. Ronny hat sich da gut befreit. Dame nach B3. Nee, das ist kein guter Zug, glaube ich. Ja, ich will ein bisschen Druck da auf den Königmann, aber ich wüsste gerade, da fehlt noch was. Ja, das Problem ist, Schwarz kann jetzt hier schlagen. Der Bauer würde zurückschlagen. Und dann ... Gibt's Stress. Könnte der Springer hier ankommen. Doppelangriff auf die Dame und den Läufer. Das wäre schwer, alles unter Kontrolle zu halten. Also Dame nach B3 ist kein guter Zug. Können wir doch jetzt auch schon machen. Ja, ich würde erst mal den Sprenger hier eliminieren, dass der Kollege nicht mehr angegriffen ist. So auf Sprenger nach A5. Wenn's kompliziert, dann geht vielleicht Sprenger nach D5 oder so. Ist einfacher, erst den Sprenger wegzunehmen. Aber es geht auch sofort, hast du recht. Aber es ist schon irgendwie ... Es riecht schon nach Gefahr da mit der offenen H-Linie. Der Dame, die da schon so ein bisschen auch auf H2 schielt. Die zwei Läufer da irgendwie da in der Ecke. Das ist schon alles nicht so geil. Es braut sich was zusammen. Ja, da war eine Figur weg. Nicht einfach, aber es ist eine Figur weg. Er schlägt und dann hier einen Doppelangriff macht. Na, sieht er das, Ronny? Immer wenn du das sagst, sieht er es. Bisher hat er eigentlich mal alles gesehen, ne? Kann auch hier schlagen. Und wenn's zurückgeschlagen wird, dann mit dem Sprenger in die Mitte. Dann die Themen, die du angesprochen hattest. Hier auf den König gleich gehen. Ein Sturm zieht auf. Er hat da doch was in Planung. Warum regt er sich denn auf? Er denkt. Wir schlagen erst mal. Er ist zu gut, er ist zu gut. So, ich hab grad was. Kann ich hier was gambitieren? Gambitieren? Ich geh hier. Ist das wirklich ein Wort? Gambitieren? Weißt du, was Opfern im Prinzip. Was im italienischen Gambitare dem... Ist die gedeckt? ...jemandem ein Bein stellen. Wirklich? Wär gar kein Gambit, ne? Der Springer ist gedeckt. Bei Nils wär's gelogen. Bei mir ist die Wahrheit. Also der einfachste Zug ist Springer hierhin. Das gewinnt eine Figur. Der aggressivere Zug ist Springer hierhin. Was macht er jetzt? War's ein Mausslip? Ich glaub, er war noch am Überlegen eigentlich. Und dann geht die Dame auf den. Ich geh einfach rein, Leute! Was? Na, er freut sich. Er geht rein. Also auch kein schlechter Zug. Verpasst er die Chance, die Figur zu gewinnen. Ja, Wlesken muss jetzt aufpassen. Vielleicht Springer in die Mitte. Schach? Er geht hier, wir gehen hier. Er so, ich so. Ist ein Blumentopf-Fan? Er geht hier. Nie so richtig. Also ich fand's immer ganz okay. Aber für mich als sehr, sehr hartes Straßenkind aus Hamburger Vororten war's ein bisschen zu sag damals. Was ist dein Lieblings-Bloom-Track? Ich glaub, Party-Safari. Party-Safari ist schon schön. 6,90 Meter natürlich sehr traurig. Ja, 6,90 Meter auch traurig. Auch gutes Storytelling-Track auf jeden Fall. Oh, jetzt hätt ich fast eine Rosine ausversingelt. Oh nein, soll ich die Rosinen hier schnell lassen? Nimm die Rosinen bitte. Läufer nach D5, Lesk überdeckt den Bauern. Ah, ist ein bisschen langsam. Er muss jetzt aufpassen. Wir haben ja auch die berühmten ungleichfarbigen Läufer. Diese Läufer, die können sich ja nie gegeneinander tauschen. Der Läufer kann nur auf weißen Feldern sein. Der Läufer halt nur auf schwarzen Feldern. Also ein Läufer kann nie seine Farbe wechseln. Und das heißt, dass die Seite, die angreift, häufig einen Angreifer mehr hat. Wenn man zum Beispiel vorstellen, dass dieser Läufer sich hierhin begeben würde, dann wäre hier gleich dein Mattfeld. Ähm, schwer zu parieren. Also, Ronny steht hier gut wegen des offenen Wlesk'schen König. Vielleicht mal den Turm da wegbewegen, dass er auch seinem König noch ein bisschen Luft gibt. Ja, ja, ja. Und greift den Springer an. Er schlagen würde, ist noch alles in Butter, oder? Stimmt, am Schachbrett ist auch Blumentopf, ne? Dann werden die Regeln noch beachtet. Ja, ich bin nicht so drin im Blumentopf-Ouvres und im Schachsong. Den kenn ich auch nicht. Am Schachbrett kenn ich auch nicht, tatsächlich. Was für Schachsongs kennst du? Das ist eine sehr gute Frage. Ich überlege, ob ich überhaupt einen kenne. Schachmatt durch die Dame im Spiel. Schachmatt, weil sie mir so gefiel. Von? Ich verwechsel immer Udo Jürgens und Roland Kaiser. Einer von beiden. Ich glaube, Udo Jürgens. Sie siegt, dachte ich mir. Sie spürt, dass ich verliere. Es gibt einen... Wie sagt er auch bringe ich um den Verstand? Es gibt von... Wie heißt der Rapper von Dilated Peoples? Den Disstrack an Eminem. Der heißt Search for Bobby Fischer. Ach, den kenn ich nicht. Wie heißt der denn nochmal? War es Roland Kaiser? Okay. Spreiner E7? Evidence, genau. Da ja. Need for 7. Evidence versus Eminem. Ja. Es gibt einen Disstrack von Evidence, der heißt, glaube ich, Search for Bobby Fischer. Habe ich damals... Dadurch habe ich Bobby Fischer kennengelernt, weil ich dann gegoogelt habe. Wer ist denn eigentlich Bobby Fischer? Aber versteht man noch nicht, warum der Track so heißt. Es gibt Wu-Tang, gibt es noch? Mystery of Chess-Boxing oder irgendwie sowas? Ja. The Game, der Rapper The Game hat einen Song, der Magnus Carlsen heißt. Kein toller Song. Ernsthaft? Ja, gibt es. Spreiner E7, Magnus Carlsen, der Schachfeldmeister. Ich habe mich damals gefreut, als Jay-Z gerappt hat, I'm the Michael Schumacher of Rap oder so, hat er, glaube ich, gerappt. Ich habe mich gefreut, wo ich mich 0 für F1 in Search for Bobby Fischer, genau. Ton nach der 1, das kann ich tatsächlich nicht. So, Vlesk versucht hier im Spiel zu bleiben, hat den schlechteren König, aber er wehrt sich bisher gut. Und dieses Spreiner E7 und den Schwarz sollte prinzipiell keine Figuren tauschen. Sondern versuchen, den König matt zu setzen. Sein Vorteil ist ja eher, dass der König so schwach ist und nicht das Material. Und durch diesen Abtausch hier jetzt glaube ich, dass Vlesk jetzt wieder im Game ist. Und wenn er hier mit dem Springer zurückschlagen würde, gäbe es sogar eine Falle. Ich weiß nicht, ob Ronny die sieht. Wenn Ronny dann diesen Bauern schlagen würde, könnte es einen Abzugsschach geben. Der Springer würde hier hingehen, den Weg der Dame freimachen. Wahrscheinlich versteht keiner, wovon ich rede, ne? Aber Fabian hat mir verboten, so viele Züge mal zu machen. Doch, ne, ist doch total logisch. Die Dame, wenn er jetzt den Bauern schlägt, hat er einen Abzugsschach. Ah, was sehen wir jetzt? Er würde mit dem Springer auf E7 Schach geben, der König müsste auf H8 ziehen. Und dann könnte er mit der Dame auf B7, die Dame, die gerade den Bauern auf F3 geschlagen hat, schlagen. Ist aus. Ja. Da macht er es. Da ist der Blander. Da sieht man den Balken. Jetzt ist die Frage, ob er es sieht. Sie lässt das. Searching for Bobby Fischer heißt das. Searching for the Queen on F3. Christian, bisher sehe ich da noch keine Aufregung in seinen Augen. Wenn ich den Springer ziehe, schlägt der Dame for free. Nein. Wenn du den Springer ziehst, ist er im Schach. Naja, er muss den Schritt weiter denken, dass der Springer sein Leben geben kann mit Schachgebot. Es sieht nicht aus, als würde er es mal ... Er guckt traurig. Ich glaube, er hat Angst, auf das Feld zu ziehen, weil da der Läufer noch hinzieht. Ich glaube auch, so ein bisschen wie bei Roomstar, durch den ganzen Ronny-Hype. Die Leute glauben auch nicht, dass so eine Chance entsteht überhaupt. Kann ich sagen. Das ist die einmalige Chance. Ich geb dir gleich die Rosinen wieder. Ich krieg dir nur ein bisschen. Ja, ja, kein Stress. Ich hab hier Kommi-Bär. Können den Bauern hier wegziehen, aber ... Nein. Das ist die einmalige Chance. Er greift beide Tüme an. Er muss einen ziehen, aber ich kann halt hinten nicht rein. Christian, das ist die einmalige Chance aufs Finale. Auf dem Silbertablett. Das ist der Punkt. Vor allem, wenn er den Zug nicht macht. Er hat übrigens auch nur noch eine Minute. Dann verliert er die Partie mit seinem offenen König. Also, es ist die Chance. Christian, du musst jetzt hier den Springerabzug sehen. Er sieht's nicht, sonst hätte er's schon gesehen. Ich glaub auch, er guckt auch nicht so. Er guckt traurig. Er guckt nicht auf der Suche nach der Chance der Tüme 1. Nein, nein, nein. Da war die Chance. Ach, ärgerlich. Na ja. Wenn du jetzt hierhin gehst ... Oh, ho, ho. Matt in zwei. Das ist weiter und weiter. Matt in zwei. Er sagt doch immer komische Sachen. Vielleicht motiviert er sich so sehr. Ja, ja, ja. Aber wo sieht er denn ein Matt in zwei? Okay, 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 Freunde. Ich drohe jetzt was. Ich drohe jetzt was. Ich glaube, sein Plan ist, den Turm hierhin zu überführen und hier Matt zu setzen. Aber er muss aufpassen, dass Vlesk nicht irgendwann doch noch auffällt, dass er die Dame gewinnen kann. Beide übrigens unter einer Minute. Also, sie kriegen ja die zehn Sekunden dazu. Und er lässt es noch mal zu. Er lässt ... Sie sehen es halt bei den Schwungs. Wenn du es nicht siehst, siehst du es nicht. Sie sehen es einfach nicht. Ich könnte Schach geben. Er wird moving. Und dann kannst du die Dame schlagen. Wenn du Schach gibst, muss er doch den König bewegen. Und danach passiert gar nichts. Doch, doch, doch. Du geht Schach, er moved. Vor allem hat er gesehen, dass wenn er den Springer wegzieht, dass dann die Dame seine Dame schlägt. Er muss halt andersrum sehen. Er hat alles schon einmal genannt, nur irgendwie ... Er nimmt hier auf jeden Fall ... Das ist eigentlich wie ... Ne? Ja? Er hat eigentlich alle Informationen. Also bei Among Us, wenn er wüsste, hier waren zwei in Engineering, einer war da oben, einer ist nach links gelaufen, dann zack. Aber es ist wie so ... Es ist wie, wenn man wer mit Millionär guckt und die Antwort kennt. Es ist einfach ... Wenn man in der Situation steckt und man guckt ... Ich kenne das so gut, dass man aufs Schachbrett guckt. Das ist ja das Traurige. Wir sehen alle das gleiche Schachbrett, aber wir sehen nicht alle das gleiche. Schön gesagt, das Schachzitat. Etien Gadet. Wir sehen alle das gleiche Schachbrett, aber wir sehen nicht alle das gleiche. Und jetzt macht doch endlich mal, Springer, ihr seht, wie viele Züge noch, Alter. Der Läufer schlägt, ja. Dumm. Der Läufer schlägt. Zack. 13 Sekunden. Christian. Zug. Du stehst auf Gewinn. Du musst den Springer-Schach geben. Möglichst schnell? Ja, das reicht echt nicht mehr von der Zeit. Er hat doch die Uhr nicht im Blick, ne? Er hat die Uhr nicht im Blick. Der Kollege hat die Uhr nicht im Blick. Bei Zeit reicht's. Ah, okay, macht den Zug. Aber immerhin noch mit Grund rein. Dann hätte ich mir den Turm holen können. Trick, aber jetzt kann er hier schlagen oder hier schlagen. Das ist es. Ich hab hier was. Warte mal ganz kurz. Ich weiß nie, ob Ronny Berger die ganze Zeit in Charakter ist oder ob er das ist. Oder beides. Ich weiß es auch. Nee, doch nicht. Aber beim Schach ist er auch so gestresst. Es kann kein Charakter sein. Take? Take? Ja, take. Wir taken. Okay, pass auf jetzt. Pass mal auf jetzt. Pass mal auf. Ah, das hat er gut gesehen. Jetzt schlägt der Turm. Und es ist Schach matt. Kircher 2. Turm H1. Ist das matt? Das sollte Ronny sehen. Das ist ein gängiges, gängiges Muster. Er kann auch den Turm schlagen. Aber matt ist matt. Ja, er schlägt erst den Turm. Ist noch nicht matt. Kein Köln auch hoch. Aber auch das. Wäre er sich nicht mehr nehmen lassen. Zwei Türme. Dame. Können wir weiter Schachs geben. Hm. Und Schach matt im nächsten Zug. Okay. Das genießt er jetzt auch noch eine Runde. Er will noch eins zu weiterspielen. Ah, jetzt macht er es. So, herzlichen Glückwunsch, Ronny, zum ersten Sieg in diesem Halbfinale. Und wir haben, ich kann euch schon mal sagen, Vlesk, wir haben hier ein paar Sachen, die wir euch gleich zeigen werden oder die Jan euch zeigen wird. Da wirst du dich vielleicht ganz schön ärgern. Ja, bestimmt, aber das ist ja jedes Mal so, ne? Ja, mal gucken. Ich hab einen Matt übersehen wahrscheinlich, oder? Ja, nicht ganz, aber nö, tschüss-Dame-Situation auf jeden Fall. Was? Und das nicht nur einmal, aber eins nach dem anderen. Wir fangen mal von vorne an mit der Eröffnung. Dänisch. Ich hab hier einen ganz großen Fehler gemacht, leider. Ich mach nicht jedes Mal, aber ich hab's diesmal übersehen. Ich hab den Springer nicht weggescheucht. Warum auch immer. Ne, es wirkt ja eigentlich alles ganz okay. Also das hier vermutlich hast du, hast du einstudiert. Ronny war ja auch ein bisschen überrascht, haben wir gehört. Aber Bauern schlagen ist in Ordnung. Läufer nach C4. Okay, hier gibt's jetzt auch noch andere Theorie-Varianten. Du meinst jetzt hier gleich den Springer angreifen? Ja, jetzt würde ich normalerweise immer direkt für E5 gehen, so gegen den Springer. Ja, das ist aggressiver. Du hast mich auf jeden Fall hinterrückst erwischt damit. Also mit der Eröffnung hab ich nicht gerechnet. Ich hab was anderes geübt. Ich hab mich natürlich auf meinen Gegner vorbereitet. Hab aber geübt, dass du mit der Dame in der Mitte dann zurückschlägst. Ne, ne, ne. Und ich dachte, das ist irgendwie so deine Trick-Eröffnung. Du gibst da irgendwie was, hast da was vor. Und ja, und da war ich nicht drauf vorbereitet. Ja. Ein, zwei Bauern tauschen für so ein bisschen schnelleres Spiel, aber ... Ne, ich glaub, es passt auch zu deinem Style. Gleich hier bist du ein bisschen angreifend. Das war ja auch die Taktik, die ich dachte. Ich glaub, es ist alles gut gelaufen soweit. Auch hier, also ich denke auch, Bauern vorwärts noch aggressiver. Aber auch hier hattest du eine gute Stellung. Und hier ist auch ein Trick, den wir in ähnlichen Versionen schon ein paar Mal gesehen haben bei Zugzwang. Auch gestern, glaub ich, bei Ronnys Partie. Immer gut drauf zu achten. Ist nicht einfach, aber relativ typisches Thema. Hier kannst du mit dem Läufer reinschlagen. Der König schlägt zurück. Und jetzt der Doppelangriff auf den König und den Läufer. Und okay, der König rennt gleich übers Brett. Weiß holt sich die Figur, die Gott verliert hier zurück. Dann steht Weiß schon ziemlich gut. Das ist immer so ein typischer Trick. Ja, den Plan hatte ich tatsächlich. Aber leider genau nachdem er rochiert hat ... Ja, dann war es eins so zu spät. Ja, ich hab schon gemerkt, dass dir da was aufgefallen ist. Aber nach der Rochade ist Schwarz halt erst mal wieder stabil. Und jetzt auch nicht so leicht für Weiß, Fortschritt zu machen. Weil der Ball angegriffen ist. Und sonst kann sich Schwarz hiermit befreien. Ich glaube, das war ... Ja, der Moment, wo die Initiative so ein bisschen an Ronny überging. Läufer hier raus. Auch logischer Zug, um die Dame anzugreifen. Aber die Antwort war halt auch sehr gut. Läufer in der E7. Und da hab ich auch nicht so richtig gesehen, wie Weiß weiter Druck machen soll. Ich glaub, hier war das Schlimmste erst mal überstanden, so in der Eröffnung. Ronny, hast du dir Sorgen gemacht? Oder hier schon nicht mehr? Wie war das Befinden? Also, ja. Ja, ungefähr so. Ab dann, als ich dann so dann da auch ... Was du jetzt gerade gezeigt hast, da fing ich dann an, mich ein bisschen sicherer zu fühlen. Hab gesagt, okay, jetzt checke ich langsam die Lage. Das ist so ein bisschen eine Position, die ich kenne. Das mit diesem Springer. Hab ich noch nie so gemacht. Den da so weit nach vorne. Aber ich hab auch irgendwie ... Nix anderes gesehen, wo ich den sonst hinstellen soll. Und am Ende hatte ich wieder Angst. Also, als es dann wieder offener wurde, dass er da irgendwelche Taktiken hat, die ich nicht seh. Und eigentlich nur da in der Mitte, die paar Züge, hab ich mich sicher gefühlt. Aber am Anfang und am Ende hab ich die ganze Zeit gedacht, der hatte doch irgendwelche Tricks, die ich jetzt hier grad nicht seh. Ja, auch zu Recht. Dein Spinnensinn hat dich da nicht getrogen. Da kommen wir gleich noch hin. Bau nach H3. Ich weiß nicht, was der Beste ist. Wahrscheinlich irgendwie Läufer nach F4, den Bauern verteidigen. Aber hier war's echt schon nicht mehr so einfach. Läufer schlägt, Bau schlägt. Die Phase jetzt stark gespielt von Ronny. Auch hier mit der Fesselung. Das war alles sehr sauber gespielt. Jetzt steht schwarz ein bisschen besser. Dame nach B3. Also, weiß, steh ich schon der Druck. Ah, der Zug gefällt mir nicht, weil er dir wieder deinen König dadurch noch offener gestalten kann. Ja. Und, Ronny, ich glaub, du hast hier Richtung König geguckt hauptsächlich. Es gab ja auch die prosaische Möglichkeit, den Doppelangriff zu machen. Auf Dame und Läufer und die Figur wegzunehmen. Also, es ist häufig schwierig, wenn man hier sich auf den Kollegen konzentriert. Aber das hätte, glaub ich, eine Figur gewonnen oder weiter Druck gemacht auf jeden Fall. Oder vielleicht auch Springer in die Mitte. Aber die schwarzen Züge waren auch alle logisch. Aber mal noch mal zurück. Wenn er diese Gabel da gemacht hätte, hätte er nicht einfach die Dame auf B4? Ah, B5, wenn, um den noch anzugreifen, dann geht die Partie noch weiter. Also, wenn sie nach B4 geht, dann können wir mit dem Springer schlagen. Ah, nach B5, dann kann weiß noch kämpfen. Aber völlig richtig, wäre noch nicht vorbei gewesen. So, jetzt stand Ronny besser. Aber Vleska hat sich ja eine Weile gut verteidigt. Hier eher so ein allgemeines Ding. Hat Eddie auch darauf hingewiesen. Vielleicht wäre es besser gewesen, den Turm zu nehmen, um mit dem König einfach bei Bedarf abhauen zu können. Weil, ähm. Aber relativ schwer zu sagen. Könnte sein, dass der König sonst hier immer festhängt. Ja, ich dachte mir so, der Bauer wird eh fallen so. Ich hatte irgendwann mal gesagt, der Bauer, den werde ich nicht lange halten, wenn er hinter dem Läufer hergeht. Und dann wollte ich den einen Turm noch beim Bauern haben quasi. Ja, der dramatische Moment kommt jetzt. Sprechlicht D5, sprechlicht D5. Ronny schlägt den Bauern. Und wir haben nicht nachdenken gekriegt, was ihr über den Balken sehen könnt. Sag's nicht. Guck mal selber, guck mal beide noch mal hin. Du hast nämlich, Christian. Ja, ja, ja. Oh! Du hast es selber sogar gesagt. Ja! Ja. Nee? Doch! Doch, Springer, Schach und dann Dame rein. Ich hab das sogar gesagt, aber genau als du den Turm rübergezogen hast, sind dann war Zug abgefahren. Ja, du hast gesagt, wenn du den Springer bewegst, dann schlägt er deine Dame. Du hast nicht bedacht, dass er ja den König wegbewegen muss. Ja, ja. Ich hab's so auch gedacht. Das Problem in meinem Kopf war der Läufer, nicht irgendwas anderes. Ich dachte mir, der Läufer schlägt ja einfach. Ja. Ich hab auch genauso gerechnet. Ich hab mich da auch total sicher gefühlt an der Stelle. Ist auch häufig schwierig, diese langen Damenrückzüge ist, was am häufigsten übersehen wird im Schach. Aber, ja, du hast dir lange überlegt. Wir dachten, ah, vielleicht sogar aus Verzweiflung gibst du das Springer-Schach und das ergibt sich was. Das ging auch ein paar Züge lang. Turner E1, Läufer nach H4. Hier war die nächste Chance. Wieder zack, zack. Ging immer noch. Aber, das hier war der letzte Moment. Ich hab echt drüber nachgedacht, ne? Aber ich hab irgendwie die Zugreihenfolge, so das, was Prüggi gestern meinte, als er den Turm geblendet hat. Ich dachte so, ey, da schlägt er so die Brüderläufer rein und hab nicht drüber nachgedacht, dass ich ja dann erst mal die Dame schlagen kann. Das war, ja. Nicht der beste Move. Aber wir haben beide wahrscheinlich ein paar Pazer gemacht. Da war auf jeden Fall die Chance. Und dann hier Turm E1. Aber okay, es war auch mit wenigen Sekunden auf der Uhr. Dann ist vorbei. Dann hat Ronny auch sehr sauber vollstreckt hier mit der Matt-Kombination. Also ja, ich weiß nicht, ob zufällige Chance, aber man muss sie halt mitnehmen. Also Ronny, ja, stand hier ja eigentlich besser, aber drei Züge lang wäre die Chance da gewesen, die Dame wegzunehmen. Krass. Und hier, das Ende war so sauber von Ronny. Ach, ist gnadenlos. Ein Zug und dann ist alles vorbei. Lern auf. Also. Extremsport. Ja, muss man sehen, ne? Muss man sehen. Okay. Wie kannst du denn da so entspannt bleiben jetzt, Vlesk? Wie geht's ja richtig gut? Ja, ja, muss man halt sehen. Ich bin beim letzten Zugzwang im Halbfinale rausgeflogen, weil ich so ein richtig billiges Schachmatt übersehen habe. Ansonsten wäre ich sofort weiter gewesen. Das war viel schlimmer als das gerade. Hier ist ja noch nichts entschieden, ja. Aber es ist noch nichts entschieden. Und das war ja auch denkbar knapp, wie wir an dieser Situation gesehen haben. Hätte hier das Spiel auch noch anders ausgehen können. Und wir machen eine kleine Werbung. Und nach der Werbung geht's hier weiter dann mit der zweiten Partie in diesem Halbfinale. Also bleibt dran. Ich freu mich, es wird spannend. Jetzt willkommen zurück zu Zugzwang. Mein Name ist Itchen Gade an meiner Seite. Oder eigentlich bin ich an seiner Seite. Großmeister. Seite an Seite. At Itchen to go. Ja. Twitch TV. Hier geht's. Ganz cool. Live weiter mit dem ersten Halbfinale. Erste Partie konnte Ronny Berger für sich entscheiden. Aber nicht ohne Wackler. Wir werden sehen, ob Vlesk jetzt zurückschlagen kann in der zweiten Partie. Vlesk mit den schwarzen Steinen. Ronny Berger mit weiß. Vlesk muss gewinnen, um im Turnier zu bleiben. Und seine Halbfinal-Ausscheidserie zu beenden. Seid ihr soweit? Jawohl. Ronny, was los? Ich will noch nicht. Okay, jetzt. Jetzt ist er bereit. Dann geht es los. Wir werden gemutet. Ich hab schon überlegt, ob ich mal so eine Haartransplantation machen soll für hier. Ich hab's auch überlegt, tatsächlich. Wollen wir zusammen ... Nach Istanbul. Ich mach sechs Wochen verschwinden. Ich hab die Partie noch nicht. Sorry, wir reden grad über Haartransplantation, Fabian. Kannst du bitte da jetzt nicht mit Schach reinkommen? Aber wo willst du denn da was machen? Oh, aber das hast du aber schön kaschiert. Das Alter, die Einschläge häufen sich. Ich muss mir ja so eine Frisur machen wie Ronny. Los geht's. Ich seh aus wie Kurt Krömer, Alter. Bauna E4, ein Dünner mit Schafbitte, eröffnet. Mit dem gewohnten Zug. Und Vlesk überlegt jetzt an seiner Strategie. Spielt der Bauna E5 die Standardzugzwang-Antwort? Oder sehen wir was Neues? Game of Warter, er hat keine Lust mehr. Er sagt, ich geh nach Hause. Among Us geht los, hier ist so ein Imposter. Zack. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was ist da passiert? Was ist da los? Du musst mich noch einladen, das Ding ist bei mir abgelaufen. Ich glaube, man hat nur drei Sekunden oder so, um einen Zug zu machen. Und danach wird die Partie aborted. Müssen wir noch mal starten. Muss Ronny noch mal rausfordern mit Weiß. Zehn plus zehn. Ja. Weiß, zehn plus zehn. Spielen. Alles klar. Wir muten uns gegenseitig, Vlesk, oder? Ja. Also, ich hab nicht jetzt bei mir gemutet. Und du mutest. Jawohl. Oder? Yes, yes, yes. Mutet ihr oder weckt da? Ich hör ihn nicht, keine Ahnung. Er hat's bestimmt gemacht. So, zweiter Versuch. Schneiden wir alles raus. Schneiden wir alles raus. Sei soll. Jetzt geht's los. Ronny Berger mit Weiß. Ich bin gespannt, wie er eröffnet. Ich glaub, Bauna E4. Tatsächlich. Und da ist er ... Das ist einfach Großmeister-Vision. Sprenger F3. Sprenger C6. So lobe ich mir das. Der Bauer wird verteidigt. Rauf nach C4. Die italienische Eröffnung. Endlich mal. Endlich. Da kann ich auch was zu sagen. Und Bauer nach F5. Sehr aggressiv. Vlesk hat sich vorbereitet mit scharfern, scharfen Eröffnungen hier. Fällt mir nichts mit zu. Döner mit scharf. Wird scharf angegangen. Sehr aggressiver Zug. Wenn der Bauer geschlagen würde, würde Bauna F5 kommen. Und interessant. Objektiv kein guter Zug. Weiß könnt ihr mit Bauna D4 zum Beispiel das Zentrum erfolgsbringend öffnen. Oder er könnte sich auch verteidigen mit Bauna D3 und sagen, das ist nicht geschwächt. Aber mir gefällt seine Strategie, dass er hier gleich versucht, Ronny Probleme zu stellen. Also, nicht dabei. Ist auch mal eine andere Überraschung, als die wir sonst so sehen. Hat seine Hausaufgaben gemacht. Der Vlesk. Und Ronny? Ronny überlegt. Ja, es sind natürlich diese Momente schon am Anfang. Eine falsche Entscheidung kann sich langfristig auf die Partie auswirken. Ja, ja, ja. Da muss man tatsächlich mal drüber nachdenken, was jetzt hier die richtige... Schach ist nicht wie Tennis, wo der ja den ersten Satz abschenken kann. Holst du nach hinten raus? Oder wie beim Boxen und lässt erst mal den Gegner die ganze Zeit sich auspumpen und dann, wenn er erschöpft ist? Klappt das wirklich? Seit Ali habe ich die Taktik eigentlich nicht mehr so häufig gesehen. In der UFC, im MMA gibt es das schon häufiger, dass der Kampf auch auf einer Konditionsebene gewissermaßen stattfindet. Und gerade die so muskulösen, gepumpten Leute, die versuchen, mit einem Schlag einen auszunocken, das kostet natürlich viel Kraft. Guckst du hier so ganze MMA-Kämpfe an oder guckst du so Insta-Highlights? Nee, ich gucke eigentlich schon die ganzen Events sogar. Ah, okay, krass. Das ist immer ein schönes Highlight. Drei, vier Stunden. Nach T4, gut gespielt von Ronny. Der wahrscheinlich beste Zug. Ich weiß nicht, ob er das wusste oder ob er einfach... Er hat ja überlegt, sein Instinkt ihm sagt, gegen diesen Angriff von der Seite muss er hier in der Mitte kontern. Ist auf jeden Fall ein starker Zug. Logisch wäre jetzt für Vlesk hier zu schlagen. Ganz kurze Analyse. Springer schlägt und Bauer in die Mitte zu stellen. Weiß würde hier fesseln, würde besser stehen. Mal schauen, ob es so kommt. Mal schnell zurück zur Partie. Schnell zurück. Bauer nach T4. Vlesk spielt Springer in der F6. Entwickelt den Springer. Hält er immer die Spannung im Zentrum aufrecht. Aber wenn Ronny jetzt hier mit dem Bauern reinschlägt, dann hätte Schwarz objektiv große Probleme. Denn alte Schachweisheit, Bauern ziehen nie zurück. Und dieser Bauer, der in der F5 vorgezogen ist, hat natürlich auch den schwarzen König ein bisschen entblößt. Ja, der F-Bauer. Du sagst das immer wieder. Nicht den F-Bauern ziehen. Ich sag's immer wieder. Die Leute hören auf dich. Ich verstehe das nicht. Naja, es ist ... Vielleicht denken die Leute, dass du das ironisch gesagt hast. Und die sollen den F-Bauern ziehen. Ich schätze nie über Schach. Ihr schlägt der F5. Jetzt ist er weg, der F-Bauer. Aber jetzt kann Schwarz immerhin hier expandieren. Im Zentrum mit Bauern der E4. Gefolgt vom Bauern nach D5. Das ist noch nicht so klar. Also besser hätte mir gefallen, diesen Bauern hier zu schlagen. Was sagt Ronny? Was könnte er alles machen? Er kann hier hin. Immer gucken, was droht. Immer gucken, was droht. Und ich weiß nicht, wieso. Das hatte ich gestern auch schon so. Ich meine, da habe ich mich zu meinen Gunsten verrechnet. Da war es nicht so schlimm. Aber dieses mit diesem Verrechnen. Der schlägt so, dann schlägt der und dann so. Wieso ist denn das jetzt so bei diesem Damenblander da? Letzte Runde passiert. Das ist schon erstaunlich, dass der so viel reden kann und gleichzeitig noch sich konzentriert. Ich habe ja in meinem Zufatien sehr, sehr wenig geredet tatsächlich. Ich bin dann komplett drinnen. Aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man dann so Argumente miteinander besprechen kann. Also so mit sich selbst und so. Ich werde deutlich schlechter, weil ich rede dabei. Okay, ich bin ja meistens auch eher am Erklären als am Nachdenken, wenn ich rede beim Schachspielen. Und das, ja, macht mich schlechter. Das ist vielleicht auch Gewohnheit, wenn du als Streamer anfängst und es eh gewohnt bist, dabei zu reden. Kannst dir auch helfen, das alles durchzugehen. Ja, so bei anderen, bei so Kommen. Ich brauche Ruhe beim Schach. Bei Videospielen und so geht das. Aber bei Schach ist, äh, das ist schwer für mich. Ich kenne das. So, Lässt du heute jetzt eins anbauen vor zehn? Am besten diesen hier. Er könnte auch sofort den hier vorziehen, um den Läufer zu attackieren. Er möchte die Störung nicht weiter öffnen, weil sein König dann zu geschwächt ist. Er muss jetzt die Mitte hier plombieren. Bau nach E4 und Bau nach D5. Okay, die andere Reihenfolge gefiel mir besser, aber auch okay. Mir gefällt dieser Zone nicht so, weil Ronny jetzt die Möglichkeit hat, hier mit dem Bauern zu schlagen. Dann würde Läufer geschlagen werden, dann könnte er die Damen tauschen und sich dann hier weiter durchfressen. Und weiß, würde er im Vorteil bleiben. Das war doch die erste anderen Bauern. Aber verworrene Situation. Chaos fühlt er sich wohl. Der Christian. Wie stehst du zu diesen ganzen Streamernamen? Wenn du Leute kennst, wie sprichst du sie dann an? Sprichst du sie mit Twitch-Namen an, mit Klarnamen? Es kommt drauf an. On Air meistens dann Twitch-Name. Und oft eher versuche ich eigentlich, den Kontakt zu vermeiden. Okay, ich war nicht sicher, was die Bronte ist. Oh, naja, schon. Oh, nach D5. Aber hier, gerade bei Rocket Beans, ihr habt ja auch nicht so verrückte Namen, ne? Naja, Fabi Krani. Fabi Krani, ne, aber ich mein, auch die Streams sind ja meistens den echten Namen nachempfunden, nicht so der Online-Fantasie-Gaming-Name, oder? Also Nils und Florentin zum Beispiel, die haben natürlich ganz klar kalkuliert, dass sie schon Celebrities sind. Wollen ja Fan-Mitnehmer verunternehmen. Wenn man sie googelt, wollen sie natürlich auch gefunden werden. Ja, klar. Mon versucht sich ein eigenes ... Florentin hat doch sogar alles umgestellt hier, von Pommesruppel auf Florentin will, ne? Ja, ja. Und Mon versucht quasi ein neues Brand zu schaffen, das Mon-Brand. Ist auch, glaub ich, also ... Ja, ich hab gehört, der bringt jetzt irgendwie Pralinen auch raus, ne? Mon-Cheri. So, hier waren die Damen getauscht. Ich wollte mich eigentlich ursprünglich anders nennen, aber alle Varianten von Eddie, Life, ähm, Grumpy-Ede, waren alle schon weg? Alles schon weg. Etienga-D auch schon weg? Etienga-D war, glaub ich, auch schon weg. Etienga-D ist halt auch ein ziemlich uncooler Twitch-Name. Ja. Ist hier der Flo und Team Willweg. Hier steht F6. Ronny hat jetzt einen Baum mehr, nach dem ganzen Chaos hier. Hm. Drauf steht F5. Aber noch nichts Schlimmes passiert. Die Vlesk'schen Figuren kommen jetzt raus. Drauf steht F5. Das von mir geliebte Läuferpaar ist da. Also hier kann alles passieren. Ich hab fünf Rosinen nur so in der Hand. Ich kann nicht aufhören, hier zu essen. Ich kann ja auch nicht wieder hier reinkommen, nachdem ich sie angefasst habe. Es ist ein Minenfeld für mich geworden. Ich ess keine Rosinen. Ich kann ja eigentlich gar nicht mehr reingreifen. Es ist die Gefahr, da noch was Falsches mitzunehmen. Wir haben ja auch noch eine andere Möglichkeit. Wenn ich so mache, dann schlägt ich ... Bären-Töter wäre noch frei bei Twitch. Okay. Bären-Töter ist noch frei? Komisch. Ich hab Revenant gesehen. Das basiert ja lose auf deiner Lebensgeschichte. Nur umgekehrt. Ich hab den Bär angegriffen. Sowas. Der hat sich weggeschleppt unter Schmerzen. Hast du Kokain-Bär gesehen? Nee, noch nicht. Ich hab davon irgendwie gehört. War da nicht auch bei den Oscars irgendein Joke dazu? Aber was ist das? Ein Bär, der gekokst hat und dann alles umbringt, oder was? Ich glaub, der erste Teil basiert auf einer Wahngeschichte, dass wohl aus einem Flugzeug, vielleicht von einem Drogentransport, 500 Gramm oder so, immer Kokain, irgendwo abgefallen sind und ein Bär sich das noch reingezogen hat. Ich weiß nicht, ob er danach tatsächlich ein ganzes Dorf umbringen wollte. Ich hätte aber einfach nur Party gemacht. Möglich. Wie geht's dir nach 500 Gramm Kokain? Ja, das ist meine beste Version von mir. Spannert T4 attackiert den Läufer. Ich hab Kokain-Bär auch nicht gesehen. Ich hab auch gehört, der Film soll nicht so gut sein. Das Konzept soll besser sein als ... Die Idee ist natürlich brillant irgendwie. Es gab ja früher mal, wie hieß dieser Film, wo die in Afrika oder so die Tiere irgendwie eine Kokosnuss gegessen haben und dann betrunken waren. Im Dschungel ist die Hölle los oder so. Ja, ich hab's vergessen. Ach, ich hab nicht gesehen. Das war so 70er, 80er Jahre. Oder die essen irgendwelche ... Die essen irgendwas und dann werden sie alle betrunken und dann machen die Tiere nur noch Scheiße. Das ist ein sehr lustiger Film. Hab ich als Kind immer geguckt. Nee, nee, nee. Nicht die Götter müssen verrückt sein. Die Wüste lebt. Hm. Die Wüste lebt. Kennst du nicht? Nee, nie gesehen. Den hab ich als Kind immer geguckt. Fällt mir grade wieder ein, den könnte ich mal ... Ronny hat ja den Läufer angegriffen. Nee, warte mal, die Wüste lebt. Das zieht sich zurück. Alles sauber gespielt bisher. Leichter weißer Vorteil wegen des Bauerns, den er mehr hat. Aber ich seh das tatsächlich noch sehr offen. Der ist von 1953. Ah, okay, nee, das war vor meiner Zeit. Die Wüste lebt? Die Wüste lebt ... Disney ist von Disney. Eine Dokumentation über ... Der Film zeigt die Lebewesen der Wüstenregion. In ihrem Lebensraum herrscht tagsüber unerträgliche Nachts. Eisige Kälte, dieser vor der Tour ist mal ... Moment, das ist doch ... Ist das, was ich denke? Klingt jetzt nicht nach ... Ja, jetzt warte doch mal. Betrunkenen Tieren. Nee, das ist aber nicht das, was ich meine. Das ist nicht die Wüste lebt. Vielleicht doch die Götter. Ist das ... Welcher Film ist das ... Ich klingt ganz lange nach. Ich bin mir nicht sicher, über was ... Daniel wüsste es. Egal. Wir gucken wieder auf die ... Wir gucken wieder Schach. Läufer nach G5. Überdeckt den Bauern. Aber jetzt kann ich natürlich ... Ich könnte jetzt einfach reinschlagen und gleichzeitig den Läufer nochmal angreifen. Ah, der schlägt zurück. Er wollte wahrscheinlich vorziehen und ... Also ich sehe nicht, was ich sonst machen soll. Ah, ich hätte es ignoriert. Ich hätte es ignoriert. Jetzt wäre der Läufer ein bisschen aktiver da noch. Es war die Wüste lebt. Götter müssen verrückt sein, ist was anderes. Auch lustig. Den hätte ich, glaube ich, mal gesehen. Ja, ja, da gibt es ja auch noch einen zweiten Teil. Aber nee, 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 das meine ich nicht. Ronny freut sich. Die lustige Welt der Tiere. Was ist die lustige Welt der Tiere? So, jetzt der Tor mal gegriffen. Vlesk muss er entweder zur Seite ziehen oder komplizierter Schach geben und dann rochieren. Er darf noch rochieren. Ah, das wäre schon eine sehr komplizierte Lösung des Stellungsproblems. Ich vermute, er zieht den Tor zur Seite. Denn der ist angegriffen. Bei Madagaskar machen die Tiere auf die Party. Das stimmt. Ich glaube, der ist es tatsächlich. Die lustige Welt der Tiere. 74, das trifft's eher. Nach Genuss gären der Früchte des Marula-Baumes sind verschiedene Tiere wie benebelt. Würdest du empfehlen? Ist er ein Kinderfilm? Ja, kann man gut mit den Kindern. Wenn man sehen will, wie besoffene Affen vom Baum fallen und so. Ich meine, damals gab's kein TikTok oder so. Es war schon die einzige Chance, irgendwie was zu sehen, was lustig ist. So, weißt du, wer noch besser hat? Mau mehr. Sollte jetzt wahrscheinlich irgendwann mal den König in Sicherheit bringen. Das tut er. Kurze Rochade. Und Vlesk muss sich ein bisschen entscheiden, wie er es mit seinem König macht. Das sind die Damen vom Brett. Das heißt, die Könige können sich auch in der Mitte ein bisschen sicherer fühlen. So, König in der F7 würde ich wahrscheinlich machen, um diesen Läufer hier auch anzugreifen und loszuwerden. Aber nicht Turm nach G7. Türme sind doch mehr wert als Läufer. Da, Ronny erschrickt sich auch. Warte mal. Er wittert eine Falle. Turm ist fünf Eishugeln wert. So sieht's aus. Läufer drei. Wir schlagen. Doch, ne. Das ist doch eine Falle. Mann! Was hat denn Vlesk gedacht? Er hat mich genau da, wo er mich wollte. Was hören wir von Vlesk? Hat er gedacht, dass das Pferd da hinspringen kann, oder was? Der Springer? Das sieht er doch, oder? Ich glaube, Vlesk weiß, dass das kein so guter Zug war jetzt. Er sagt, ja, das sieht er doch. Was hat er sich denn dabei gedacht? Ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein Mausclip oder er verwechselt. Wollte den Läufer dann ziehen zuerst? Ich bin sicher, was da los war. Ronny wittert noch eine Falle, aber schlägt natürlich trotzdem zu. Vlesk schlägt zurück, ist noch nicht ganz vorbei. Der Läufer ist hier aktiv. Wenn der Springer wegziehen würde, dann könnte der Läufer hier hinten noch reinschlagen. Aber die Gefahr lässt sich natürlich bannen, zum Beispiel mit Bauer nach C3. Ich glaube nicht, dass das... Oder erst mal Schach. Nee, nee, es funktioniert ja auch nicht. Und dann Bauer nach C3. Ronny Berger auf der Siegerstraße, auf dem Weg ins Finale. Hier hingehe, gibt er mir noch mal Schach. Ach, ich will hier hingehen, ne? Oder sogar hier hin. Weil er mich da nicht so leicht angreifen kann. Ich gehe aus dem Weg. Aber jetzt kann sich der Bauer hier dazwischen werfen. Das ist Umsatzzug. Ja, Ronny spiel sauber. Ich sehe schwarz für Black. Schwarz für Black? Schwarz für Vlesk. Ja. Er hätte auch den Springer entwickeln können, oder? Na, der war angegriffen hier. Der musste ja schon verteidigen und gleichzeitig den hier hinten noch retten. Das hat er schon gut gemacht. Und Springer E6. Ein Fehler kommt selten allein. Der Springer kann auch geschlagen werden. Und dann wäre es ganz vorbei. Häufig so, ne? Dass die Partie echt gut gespielt wird. Aber wenn dann der erste Wackler drin ist, dass dann... Ja. Es ist typisch. Die Konzentration ein bisschen sinkt. Man ärgert sich. War eh schon schwer. Aber jetzt, wenn der Springer weggeschlagen wird, dann war es das, glaube ich. Ja. Ähm... Im Nachhinein, Vlesk, große Chance war halt in der ersten Partie, ne? Wenn er da... Die Dame sich schnappt. Dann ist Ronny unter Druck. Jetzt, okay. Er schlägt mit dem Turm. Ist nicht ganz gut, weil er Laufner hier reinschlagen kann. Und in der Hoffnung, dass zurückgeschlagen wird, dann den Turm wegnehmen. Aber es ist auch gut genug. Ja, Steve Balken spricht jetzt auch eine deutliche Sprache. Ja, Steve Balken. Steve Balken hat sich schon festgelegt hier. Was willst du machen, wenn hier reingeschlagen wird? So geschieht das übrigens. Der Turm ist ja angegriffen. Mhm. Naja, den müssen wir irgendwie... Vielleicht einfach zurückziehen wieder. Ja, das können wir machen. Oder könnte es das... Leben des Turms möglichst teuer verkaufen. Diesen Läufer hier wegnehmen. Zurückgeschlagen wird. Dann diesen wegnehmen. Mhm. Man weiß halt eine Figur mehr. Das wäre... Das wäre am einfachsten. Aber mit Turm steht D6. Hat Ronny sich hier noch ein bisschen Arbeit eingebrockt. Er hat einfach mit dem Springer geschlagen. Er hat einen Turm mehr gehabt. Und es wäre sowas von vorbei. Für so eine Frisur wie Vlesk sind wir zu alt, ne? Ich hab gesehen hier, Leon von Bonsch war halt jetzt auch so Haare. Also es... Es scheint... Das kannst du nicht mehr machen. Es scheint zu grassieren. Ich glaube, das können wir nicht mehr bringen, ne? Das ist ein U30-Ding. Ah, Christian hier wird auch bald 30. Wird auch bald 30. Ja, und wirst sehen, dann wird ja irgendwann die Haare normal sein. Wirst du dann irgendwann sein? Ist ja auch ein bisschen Markenzeichen bei ihm. Ja, ja, ja. Aber selbst Eminem hat mittlerweile die Haare dunkel. Also... Ich dachte immer, Eminem wäre blond. Ich dachte immer, der ist weiß. Wo geht der Turm hin? Ah, ja, Turm hat E2 gespielt. Ronny streckt sich. Trip by. Läufer geht aus dem Weg. Das ist noch nicht ganz klar jetzt. Also weiß soll er gewinnen. Aber die Läufer... Die Läufer sind stark. Spray am Rand. Dies, das. Aber logischer Zug hier. Um den Weg für den Turm freizumachen. Um den Bauern angreifen, ne? Ah, ja. Läufer können hier hin. Noch nicht ganz vorbei. Großer Vorteil für Weiß natürlich im Eiskugel-Count. Boah, ich kann nicht mehr zählen. Drei Punkte vorne. Schätze ich so ungefähr. Ein Turm gegen Läufer. Und zwei Bauern hier. Mehr hier ein weniger. Ja, ich glaube, drei Punkte vorne kommt ungefähr hin. Laufen nach D3. Jetzt kämpft Vlesk wieder. Ich würde jetzt... Sag dir, welchen Zug ich spielen würde, okay. Mhm. Turm auf D2. Jo, ist okay. Kannst auch Turm auf D1 machen, fesseln. Aber Turm D2, Ronny, sieh das wie du. Droht jetzt auch hier reinzuschlagen. Die Fesselung auszunutzen. Das heißt, Vlesk sollte jetzt hier sidesteppen. Ja. Das merkt. Dann würde ich Turm... ...auf E. Ja. Jo, da habe ich nichts gegen einzuwenden. Türme kommen langsam ins Spiel. Eis bleibt am Drücker. Gehirn am Limit. Gibt's noch mehr so Schachreime, wie Springer am Rand bringt Kummer und Schand? Gibt's da noch mehr? Ich kenne nicht so viele, sonst hätte ich die schon verbraten hier. Neu, den Staffeln. Aber so viel, so viel habe ich glaube ich nicht. Chat, ihr könnt Schachreime. Springer erst, die Läufer dann. So fängt man die Entwicklung an. Das ist schon ganz gut. Da hört's bei mir auch schon auf. Wer die Dame nicht ehrt, ist den König nicht wert. Bauer zieht, Ende vom Lied. Also. Aber es gibt nicht einen konkreten Hinweis, was der Bauer da machen soll. Gefesselter Bauer ist auch nicht schlau. Springer im Eck, kommt nicht vom Fleck. Finde ich auch ganz gut. Finde ich auch ganz gut. Sieht Ronny das? Das wäre die Entscheidung. Springer schlägt C4. Aber wir machen uns erstmal das Luftloch. Er sieht es nicht. Er macht sich erstmal das Luftloch. Mhm. Das gibt Vlesk die Chance, König aus dem Weg zu ziehen und die Partie zu verlängern. Hätte er hier. Alles gedeckt. Das ist das, was er schlagen will. Sofort geschlagen. Wär ist vorbei gewesen. Weil er Läufer nicht mehr zu verteidigen war. Aber jetzt geht's noch weiter. Ich glaub nicht mehr so recht an Vlesks Comeback. Ganz ehrlich. Ich bin, ich hab's noch nicht abgeschrieben, ehrlich gesagt. Ich hab das Gefühl, da könnte nochmal so ein, so eine Chance wie in der ersten Partie nochmal kommen. Irgend so was. Die Frage ist, ob er's, wenn es dann überhaupt kommt, dann auch sieht. Ja, ja, ja. Es ist wie im Leben. Die Chancen müssen erstmal kommen, aber dann muss man sie auch nutzen. Ah. Ich glaub, bei mir kamen sie einfach nie. Ja. Ich glaub ehrlich gesagt auch nicht. Meinst du, meinst du, da geht noch was? Ja. Es ist ja. Never stop dreaming. Da müssen wir unbedingt mal eine gesonderte Folge drüber machen. Können wir aus dem Weg? Turm Schach. Ronny hat ne Idee. Schach gesehen, Schach gegeben. Schach. Schach gesehen, Schach gegeben. Ronny. Auch ne Schachweißer. Ja. Der sich freut immer. Ich hab ein bisschen Angst vor Ronny, Bagger. Du sagst dir, der Wahnsinn ist in seinen Augen. Chat, was geht bei euch? Verfolgt ihr das Spiel? Also ich mein, das Eintracht-Spiel. Wie steht's bei der Eintracht? Wo ist die Eintracht in der Tabelle? Ich weiß wirklich nichts. Liebe Regie, ich kann nicht aufhören, die Nüsschen zu essen. Was soll ich hier machen? Das ist wirklich aber auch gemein, dass sie genau hier stehen. Soll ich sie ignorieren? Queen hat D5. Gut gespielt. König. Sehr zentral postiert jetzt. Überdeckt den Bauern. Die Lage ist immer noch verzweifelt. Der Bauer nach B4. Vielleicht springe er nach C2. Aber solange die Partie läuft, gibt es Hoffnung. Beide Seiten jetzt. Mit nicht mehr so viel Zeit. Zwei Minuten für Ronny Berger. Flesk. Etwas weniger. Bauern nach B4 gespielt. Attackiert den Läufer. Schwarz sollte hier nicht auf die En-Passant-Regel zurückgreifen. Das wäre zwar erlaubt, aber schlecht. Weil er in der Turm den Läufer schlagen würde. Also einfach weg mit dem Läufer. Und auf das Beste hoffen. Fällt manchmal schwer. Das ist so wie ein, weiß ich nicht, Bube-Paar beim Schach. Abzulegen. Nicht En-Passant zu spielen? Nee, nee, das meine ich jetzt nicht. Aber einfach Figuren, wenn sie angegriffen werden. Oder sich von dem Druck, dem Druck zu beugen und zu sagen, okay, ich muss jetzt hier irgendwas machen, wozu du mich zwingst. Auch wenn's Ziel ist. Das stört mich eigentlich nicht. Doch, das stimmt. Zack. Nee, nee, ich glaub dir das. Aber, äh, hab ich nie so das, das mentale. Wenn dich einer angreift da beim Schach und du denkst dir so, du willst jetzt, dass ich den wegbewege. Und an dir dann denkst du, nee, das mach ich jetzt nicht. Nur weil du das willst. Ja, aber meistens überleg mal einfach, was der beste Zug ist. Und wenn die Alternativen dann sind, okay, du schlägst mir ihn weg im nächsten Zug, oder ich zieh ihn weg. Manchmal muss man seinen Standpunkt klar machen, auch beim Schach. Ja, zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Weißt du, man kann nicht alle Schlachten gewinnen. Aber wichtig ist ... Aber die, die man gewinnen könnte, wenn man den wegzöge, die kann man dann auch gewinnen. Ja. Oh, und hier 19 Sekunden für Vlesk. Laufen nach B6, der Laufen geht weg. Also, Status Quo unverändert. Weißt du besser, noch ist es nicht ganz vorbei. Für den Springer jetzt langsamer Richtung Mitte hier. Und beordern. Ronny, Alter! Es ist nicht so lustig, die Stellung. Zieh die Figur darüber. Ich will die wieder in deine kleinen Fallen reintappen lassen, ne? Ich habe Angst vor Ronny. Ja, Fiesling. Keiner Fiesling. Ist das jetzt unsere Idee? Wollen wir das? Wollen wir das hier klären? Ja, oder? Komm, wir machen es uns einfach. Okay, er möchte ... Möchte ich hier schlagen? Oder vielleicht hier schlagen? Die Lage vereinfachen. Keine schlechte Idee. Ronny, A5. Kann er hier wegnämen? Oder hier wegnämen? Mal schauen, was da der Hintergedanke war. Jetzt ist es nur eine Frage der Zeit. Er hat das einfach nur ein bisschen rausgezögert. Das war der Plan. Er nutzt diese Fesselung, um den Läufer zu entwurzeln. Er könnte ihn schlagen. Ah, oder so. Aber jetzt hat der Springer noch die Chance, diesen Läufer erst zu beseitigen. Und dann hätte Ronny schon einen ganzen Turm mehr am Ende dieser Operation. Ist ja was besser, erst den Springer zu schlagen, dass er sein Leben hier nicht so teuer verkaufen kann. Ich glaube, das war's. Es klang auch schnell was resignierter, ehrlich gesagt. Frage der Zeit. Ronny, jetzt auch unter eine Minute. Mal gucken, ob das noch eine Rolle spielen könnte. Nee, nee, nee. Zehn Sekunden pro Zug machen es hier wieder. Und er spielt den ersten Zug. Nimmt erst den Läufer. Ah, ich hab. War's jetzt ein Turm? Unbau mehr. Sagst du, wie es ist? Ronny Berger kommt ins Finale. Der Drops hier ist sowas von gelutscht. Ja, es reicht ihm ja sogar ein Unentschieden. Selbst wenn er jetzt aus Versehen irgendwie ein Stalemate fabrizieren würde, wäre er weiter. Also, das ist, das sieht nicht gut aus. Nee, keine Chance mehr. Ein deutscher Wort für Stalemate. Ist ja Stallfreund. Ist jetzt besser reingereicht. Reitfreunde. Turmsee-Einschlag und der nächste Turmfeld. Und das kann er hier. Die Treppe kann er gehen wie kein zweiter. Ich hab einige Ronny Berger Rolltreppen-Videos schon gesehen. Also nicht vom Schach. Rolltreppen? Er macht ja immer so verwehrende In-Real-Life-Videos, wo irgendwie eine Rolltreppe runtergehen und dann rempelt ihn einer von hinten an und so. Aha. Weiß nicht. Es ist sehr verwehrend, das Gesamt-Ouvre. Ronny Berger. Ich blick noch nicht ganz durch. Ich glaub, ich bin Fan, aber ich hab auch ein bisschen Angst. Schachmatte in zwei Zügen. Schach. Eine Drei-Züge. Schach, Schach, Schach. Oder? Schach, Schach, Schach ist auch ein schöner Name für eine Schach-Sendung. Schach, Schach, Schach. Jetzt willkommen bei Schach, Schach, Schach. Na, Ronny? Der kann dann hier hin. Der Klinik nicht. Ja, okay. Ja, gut. Dann, äh, Scheiße. Das hier ist das Schachmatte in zwei, Schach geben, dann Schach geben, dann nochmal Schach geben. Ist das matt in drei? Oh, was jetzt passiert? Wir haben auch noch Züge hier verpasst. Stalemate. Warum haben wir das nicht abgelehnt? Stalemate reicht ihm ja zum Weiterkommen. Aber, ich hab es prophezeit. Du hast es in der Tat prophezeit. Ja, es ist ein Stalemate, aber es reicht dir trotzdem zum Weiterkommen, Ronny. Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale. Danke. Aber, Ronny. Stark nicht spielt. Ich hab doch wieder tausend Sachen übersehen, oder? Tausend Fallen in die... Weiß ich gar nicht. Ja, dann würde ich gerne mit Jan jetzt gleich mal reden, wenn ich das darf. Was ist los? Ja, ich hab für die schwarze Seite, ähm, hab ich mir natürlich, äh, ne, gegen Ronny hab ich mir gedacht, ey, der spielt italienisch, glaub ich, so. Ich überleg mir hier ne kleine Falle. Und er hat das Einzige gemacht, also er hat, glaub ich, den besten möglichen Move genommen, den's gibt gegen die Falle. Und ich dachte mir, das macht er bestimmt eh nicht. Deswegen hab ich mir den nicht angeguckt. Und dann war er mir so, ah, da war ich tilt. Aber ich bin wieder so ein bisschen rausgekommen aus dem Tilt. Nee, ich war ja auch beinahe, weil Ronny hat ja ne Minute überlegt nach diesem Bauer nach F5, was ein seltener Zoo ist, sehr aggressiv, aber ich fand deine Strategie, also der Zoo ist objektiv nicht so gut, aber deine Strategie, schnell zu verwickeln und so, fand ich ja gut. Aber dann tatsächlich, glaub ich, auch der beste Zoo ist dieses Bauer nach D4, wie er gespielt hat. Ja. Ich hab lang gerechnet. Alles andere, alles andere hat die Falle zugebissen, außer bei D4, glaub ich. Falle ist großes Wort, aber hier kann Hartschwarz dann gleich bisschen Spiel. Mhm. Ja. Es hätt zumindest ein paar kleine Tricks gegeben, auf die er reinfallen hätte können. Also wenn er, wenn er hier Night C3 spielt zum Beispiel, genau, und dann hüpft er vor, Bauer nach vorne, zack, Falle. Ja, und so ein paar andere kleine Sachen. Ich dachte mir, na, ich bin wahrscheinlich spielerisch ein bisschen unterlegen, dann mach ich das mit Vorbereitung. Aber Ronny ist einfach, der, der ist ein, der Mann ist souverän. Ich hab den Approach gelobt hier, Hausaufgaben gemacht, ich fand auch die Strategie gut. Nach Bauer nach D4, äh, der Zuffer ist nicht so gut, Spenner F6. Ich denke, richtig ist hier zu schlagen. Springer schlägt jetzt den Bauern vor und es wird wildweiß, sollte besser stehen, aber ich vermute, dass das der kritischere Weg ist. Dann lass dir das eine Lehre sein, Christian, Vorbereitung bringt nichts. Sag ich ja immer. Ja, das übe ich auch wieder gar nicht. Seit dem Abi sag ich das. Trotzdem war's die ganze Zeit nicht so klar, weiß hat hier einen Bauern mehr in diesem Endspiel, aber schwarz steht relativ aktiv, hat das Läuferpaar nicht so schlimm alles. Also der, der Fehler war dieses Turm G7, was hast du hier dabei gedacht? Pass auf, da dachte ich mir, ey, ich hab einen Bauern weniger, Ronny spielt das Endgame seriöser, souveräner als ich. Ich dachte mir, wenn er nicht an den Bauer auf C3 denkt, dann tausche ich den Bauern, ne, ich spiel Turm nach vorne, er schlägt, ich zieh meinen Läufer rüber, er denkt, oh nein, mein Springer ist angegriffen, zieht den Springer weg, ich schlag hinten rein und hol mir danach halt den Turm. Ah, okay. Also. Ich dachte, ich hab drauf gehofft, dass er es halt einfach nicht zieht, aber alle kleinen Fallen, alle kleinen Risiken, die ich genommen habe, hat er halt einfach pariert. Und dann ist es für mich halt ein bisschen dahinten losgegangen. Ne, ich glaub, das war halt zu viel Risiko, weil hier die Stimmung ist auch nicht so schlimm, wenn du irgendwas spielst, Kölner F7 und weitermachen, dann läuft es weiter. Aber es stimmt, Ronny hat hier ziemlich eiskalt pariert mit Turm nach R1 Schach, auch gut gespielt und dann auch noch C3 und jetzt schon schwer, dann, ja, kam noch hier paar Wackler hinzu, euch schon, war eh schon sehr schwer und Ronny auch lange nix falsch gemacht, eigentlich souverän verwandelt. Dann am Ende, das Patt überrascht mich, Ronny, war das in dem Wissen, dass dir ein Unentschieden reicht oder was war da los? Also ich hab das natürlich im Hinterkopf gehabt, hab ich mir von gestern gemerkt, dass das auch noch reichen könnte. Und deswegen hab ich da irgendwie versucht, ein spannendes Matt irgendwie zu kreieren. Da kannst du ja auch ein Matt setzen, ja so, zack. Ja, das hab ich nicht gesehen. Ich hab das gesucht, das Matt mit den Bauern, deswegen nicht da irgendwie vordrache, da kann man vielleicht irgendwie ein schnelles Matt machen und, aber ich auch, weil ich wusste, dass es die Gefahr, dass da ein Matt entstehen kann. Ich dachte, du weißt es, weil ich ja den König einfach die ganze Zeit nicht mehr bewegt habe, weil ich halt nicht konnte, in dem Moment, wenn du den Bauern schlägst, kann ich natürlich nicht mehr irgendwo hinziehen. Ach ja, ich dachte, du hättest da noch ein freies Feld gehabt, aber es ist völlig quatschig gerechnet. Aber es reicht ja zum Finaleinzug. Herzlichen Glückwunsch an Ronny Berger, der erste Finalist. Stark gespielt, Ronny, aber auch gut gespielt, Lesk. Mittlerweile kann man ja sagen, ihr seid Erzfeinde. Ja, wir waren schon immer. Nichts mit Schatz zu tun. Nee, gar nichts mit Schatz zu tun. Kannst du einen in die Liga schützen? Drei. Scheiße, ich auch. Sehr gut. Ronny, ich hab eine sehr persönliche Frage, die du nicht beantworten musst, oder die du auch nicht wahrheitsgetreu beantworten musst, aber sie beschäftigt mich. Wie alt bist du? Ich höre sehr verschiedene Quellen. Das Internet meldet eine Zahl, mir werden andere Zahlen gesagt. Ist das Public Knowledge? Das ist seit kurzem ein schwieriges Thema. Ich hab irgendwann mal aus Gag gesagt, ich bin 32, so vor eineinhalb Jahren. Genau. Jetzt 33, das steht nämlich überall im Internet und ich hab's hier weiter verbreitet. Ja, alle glauben das. Ich hab dann, dann gab's irgendwo ein Video auf TikTok, wo ich das sage und dann ging das überall rum. Wie, der ist 32? Ja, das hat er gesagt, der ist so alt. Und dann glauben das irgendwie. Alle schreiben das in irgendwelche Kommentare. Ich hab das, glaub ich, auch bei euch irgendwo im Forum gesehen, dass das irgendwer behauptet hat. Aber das ist schon mal nicht so. Okay, das wollte ich nur wissen. Guck mal, ich bin ein junger Mann. Ich bin 25. Deshalb, deshalb frage ich nach. Das stimmt auch wieder nicht. 22. Der liebt schon wieder? Der liebt schon wieder. Ich sag 22. Äh. 22. Höher oder? Haben wir da? Lesquill bei 30. Das stimmt, ja. Naja. Das stimmt. Bei uns wird's auch nicht besser. Ich bin ja trotzdem noch der Jüngste, wenn Roddy 3,30 ist, ne? Das stimmt, du bist knapp, knapp jünger als wir immer. Ähm, Lesk, vielen Dank fürs Mitmachen. Es tut mir ein bisschen leid, dass deine Halbfinalserie nicht abreißt. Ich glaub, jetzt jedes Turnier tatsächlich. Aber es gehört ja auch irgendwie dazu. Ich bin bei Jungs mal ein Viertelfinal-Benchmark. Ich bin einfach Viertelfinal-Benchmark. Wenn man gegen mich nicht gewinnen kann, kommt man nicht ins Halbfinale. Das ist einfach so. In Halbfinale verabschiede ich mich dann. Aber ich mach eh nur mit, damit ich mir danach euer Kommentar nochmal angucken kann. Weil das macht aber besonders viel Spaß. Macht ihr echt gut. Danke. Das ist ja nett. Vielen Dank. Wir machen Pause, hoffentlich. Und dann geht's weiter mit dem zweiten Halbfinale. Roos gegen Maluna. Danke an Vlesk, danke an Ronny Berger. Bis gleich. Viel Erfolg, Ronny. Aui. Tschüss. Willkommen zurück zu Zugzwang. Wir kennen den ersten Finalisten. Ronny Berger hat sich durchgesetzt gegen Vlesk. Aber hier geht es weiter mit dem zweiten Halbfinale. Roos gegen Maluna. Ja. Roos gegen Maluna. Maluna kenn ich. Ja. Ach so, du kennst ihn wahrscheinlich als Edel du Lappen. Ach, Edel du Lappen. Ja, denke ich. Ja, okay, krass. Der hat sich ein bisschen in dieses Halbfinale reingelackt, hab ich gehört. Es war auf jeden Fall knapp gegen Gunnar, muss man sagen. Aber ich bin gespannt, gerade auf euer Gespräch. Sind die ... Sind Roos und Maluna schon da? Kann er den Ton bei dir ausmachen? Ja. Ist jetzt besser? Hat er da einen Waschbär auf dem Bauch? Ich höre alles doppelt irgendwie. Hä? Aber egal. Alles gut. Irgendwie schaffen wir das schon. Ihr seid zu hören. Hallo. Hallo. Hey, ach so, hallo. Edel. Ja? Edel. Hier ist was für dich, Edel. Bist du ein James-Bond-Bösewicht oder was ist das da jetzt mit der Katze da auf dem Arm? Das ist keine Katze. Edel, was sagt dir das? Ja. Ein Stein schlägt niemals zurück. Also ich muss sagen, ich höre alles doppelt leider. Sorry, ich höre alles doppelt gerade irgendwie. Kannst du nochmal sagen, wir haben nur einmal gehört. Ich höre alles doppelt leider irgendwie. Das ist total scheiße. Der Hohelmaus. Ey, das ist wirklich Cheekmaus, okay? Das ist Cheatmaus. Er gibt mir die Cheats vor, weil ich brauch die gegen Jan. Ich spiel nicht mit, ich spiel nicht mit. Du spielst gegen Maluna. Seid ihr vorbereitet? Ihr habt gesehen, ihr habt schon gegeneinander gespielt. Was ist da? Ja, gestern ein bisschen geübt. Ah, okay. Habt ihr eben die Partie verfolgt? Ja, das war sehr spannend jetzt am Ende mit der, mit dem Putt. Sonst ein bisschen, äh. Boah, scheiße, ich höre nichts. Ich höre die alle doppelt. Hm. Dann reden wir mit Maluna. Maluna, wie schätzt du deine Chancen ein gegen Rooks? Ja, den Titelverteidiger. Nicht gut. Also, äh, ja, ich spiel ja nicht so, ich spiel ja nicht so lange, aber mir geht's ja auch nicht drum zu gewinnen, sondern dazu zu lernen. Das, das, deswegen. Das ist auch mein, wie man meint auch. Das ist auch mein, wie man meint auch. Zu spielen. Dabei sein ist alles. Richtig, und dann nehm ich halt Erfahrung mit, sodass ich's nächstes Mal nicht so mache, vielleicht. Mal gucken. Ja, ey, Bruce, wahrscheinlich hast du, äh, bei dem, ähm, Ding, mit dem du connected bist, den Monitor angestellt. Alter, da gibt's wahrscheinlich irgendwo so ein Häkchen, was du ... Ich glaub, ich hör einfach durch, ich hör durch Discord alles etwas früher über Maluna. Nee, bei mir ist aber, schlägt nichts aus, glaub ich. Stream-Mode? Entschuldigung. Äh, ja, 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 ich hab den Stream aus, auf, ja. Ich hab den jetzt ausgemacht, ja. Ja, jetzt sollte's gehen. Hörst du immer noch alles doppelt? Nein, ich hör nichts mehr doppelt, aber ich hör alles so versetzt, also ... Ach, ja, egal, schaust du auch noch. Alles gut. Du musst ja nur spielen, du musst ja nichts hören. Mann, ey, für Ede reicht das immer. Für Ede reicht das immer. Hast du noch die Stimmen im Kopf, vielleicht? Du musst es, du musst es bauen, dann wird das kommen. Die Stimme ist immer da. Hier, mein Hundchen Cheekmaus, der will gegen dich zocken, weil er hat ein bisschen höheren Elo als du. Cheekmaus, Baby. Komm aufs Basketballfeld, Bruce. Ich stell den Kopf runter für dich. Ich bin einig kleiner als du. Warum willst du nicht fair kämpfen, sag mal. Ich stell den Kopf runter für dich, hab ich doch gesagt. Außerdem verstehe ich dieses mit dem Namen nicht. Das ist ein Name aus Star Wars, nicht Kanon, aus Büchern. Das ist 3D, drei Dings, so ein Roboter da. Das eine Cameo. 3DPO. Ja. Aber Jan, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Habt ihr das extra gemacht, dass du den Ronny trainiert hast, damit ich hier rausfliege und so? Ich hab Ronny extra nicht trainiert, weil wir gesagt haben, Ronny ist eh schon so stark. Mit Ronny mach ich nix. Das ist die Wahrheit. Trainieren mit mir wollte keiner. Du ghostest mich ja. Seit Jahren ignorierst du mich hier. Ich will immer mit dir Schuss spielen. Nix. Wir müssen das Match gegen Eddie machen. Dann kann ich es wenigstens kasten. Du bist Team Magnus, ich bin Team Higaro. Da ist das Problem. Ich bin Blitzchef. Blitz, Baby. Werden wir nicht drüber wegkommen. Also würde ich sagen, fangen wir an mit dem Halbfinale. Ihr kennt die Regeln. Zwei Partien, zehn Minuten, zehn Sekunden. Seid ihr bereit? Hier ist noch was falsch. Nein, ich bin noch nicht bereit. Ruth muss noch den Link joinen, dann können wir starten. Boah, der ist am Haaren, aber das gibt's gar nicht. Okay, okay. Ich fang an, beziehungsweise ich join den Link rein. Wie viel Stunden hast du geschlafen, Ruth? Boah, ich hab gut geschlafen, ich hab ausgeschlafen. Okay. Das war ja das letzte Mal, der den Titel geholt, obwohl er insgesamt an drei Tagen, glaube ich, nur zwei Stunden geschlafen hat oder so. Ich hab tatsächlich, das hab ich gestern gehabt, aber für heute hab ich ausgeschlafen. Sehr gut. Dann drücken wir euch die Daumen. Viel Glück, ihr zwei. Danke. Dann schauen wir mal, was die jetzt hier machen. Bist du drin? Ich bin gespannt. Ich seh noch keine Partie. Ich muss diese Nüsse wegstellen. Jetzt nimm die doch mal weg, wirklich. Ich hasse, ich esse jetzt nichts mehr. Das ist auch ein Trick hier. Ja, ich esse noch ein bisschen. Ich hau die noch zu Ende. Ja, Ruth gegen Maluna. Ich kann Maluna ganz schwer einschätzen, natürlich. Ruth, für mich immer noch ein unbeschriebenes Blatt, weil er so, ja, nicht random, aber ... Also, in der ersten Partie gegen Gunnar, da hat er ihn klar unterschätzt. So, ich hab die Partie ... Und dann hat er gut gespielt. Ich weiß es immer nicht. Es geht los, Maluna mit den weißen Steinen. Die schlingt den Bauern. Ich hatte keine Zeit für Schach. Markus, es ist ganz anders, als du denkst. Das fand ich interessant. Ja, danke, Markus. Ruth, Opfer, den Bauern, so kennen wir ihn. Bauern nach D5, gefolgt von Bauern nach D6, hat schon ein Bauern ins Geschäft gesteckt, um möglichst schnell die Stellung zu öffnen. Maluna nimmt den Bauern weg, bringt den Springer raus. Jetzt Bauern nach E6, bisschen, bisschen Lash. Wenn man schon den Bauern opfert, dann ruhig den Bauern hier in die Mitte stellen. Bisschen Raum gewinnen. Jetzt kann Maluna einfach die Figuren entwickeln. Springer raus, Läufer raus. Kurze Hochale, Bauern nach D4. Ja, und Ruth hat erst mal nicht so viel zu zeigen für seinen Bauern. Aber wir kennen ja Ruth. Ich kann ja jetzt schon sagen, was kommen wird. Springer wird hier hingehen, Bauer wird hier hingehen, Springer wird hier hingehen. Und er wird warten, dass dieser Springer geschlagen wird, nachdem Weiß kurz hochiert hat, um die Haarlinie zu öffnen. Das Problem, was er noch hat, ist, wenn dieser Springer nicht geschlagen wird, dann weiß er nicht weiter. Haben wir gestern, nee, doch, gestern war es, ne? Ich kenne Ruths Muster. Vorgestern. In- und auswendig inzwischen. Haben wir vorgestern gesehen. Aber das ist genau das, was ich meine, dass du dir das so merkst, direkt. Du merkst dir das einfach. Einmal gesehen, abgespeichert. Und da kannst du mir noch so oft beteuern, dass du da keine besonderen Talente hast. Das ist dein Talent. Was soll's sein? Eins meiner vielen Talente. Naja. So, laufer nach D6. Maluna soll da mal den Bauern vorziehen und rochieren, sich von diesem Angriffsplan nicht beeindrucken lassen. Denn der Plan funktioniert ja nicht. Er basiert halt auf sehr, sehr viel Mithilfe des Gegners und ich glaube, dass Maluna es durchschauen wird. Aber sie nimmt sich hier relativ viel Zeit. Die Leute haben alle Respekt vor Ruths, ne? Er ist ja auch ein guter Spieler. Aber es ist auch seine Aura, so ein bisschen, ne? Ja, ja, ja. Es ist so ein bisschen, hinter diesem Chaos verbirgt sich ein messerscharfer Verstand. Ja, wir sind ja auch alle hier siehst du, Bauna H5, Speinach G4. Es ist immer das Gleiche, ne? Ruths, ein bisschen One-Trick-Pony bist du auch. Es ist nicht so Chaos, weil er macht ja immer das Gleiche. Ja, das Problem ist, dass außer dir sich das niemand gemerkt hat. Und deshalb ist es ja auch okay. Es ist schon immer das Gleiche. Ja, aber es bleibt ja niemand. Ich hab vorhin im Stream gesagt, guck mal im Stream. Ruths wird Bauna H5, Speinach G4 spielen, egal in welcher Stellung. Und dann hoffen, dass Bauna H3 kommt und dieser Springer geschlagen wird. Ich glaube, das ist deine größte Schwäche, Jan. Das ist deine größte Schwäche, Jan, dass du dich nicht in Leute versetzen kannst, die ... Ich kann mich perfekt in Ruths versetzen, ich kann dir jeden Zug von ihm sagen. Aber du kannst dich nicht in Maluna versetzen. Doch. Dass sie sich das nicht merkt, dass sie das nicht abspeichert wie du. Sie hat ja im Stream ja nicht geguckt. Du weißt nicht, wie das ist, wenn man halt ein bisschen doof ist. Damit meine ich mich jetzt. Ich wollt grad sagen, ich glaub nicht, dass man ... Du gehst immer davon aus, dass alle das so abspeichern wie du. Okay, ich erschleer's nicht mehr, Entschuldigung. Die Leute speichern es nicht so ab wie du. Zwingt dich doch auch keiner, irgendwas abzuspeichern. Ich kann's nur nur sagen. Ruths macht hier seinen üblichen Plan. Laufen nach G5. Der Läufer geht dazwischen. War vielleicht nicht der beste Zug. Er hätte hier schlagen können. Laufen schlicht H2. Mit der Absicht, wenn der Springer zurückschlägt, dann diesen Läufer zu schlagen. Aber ... Das ist schwer abzuspeichern. Ähm ... Der Läufer geht dazwischen. Jetzt kann Maluna einfach schlagen. Hat nach wie vor einen Bauernmeer. Mhm. Maluna steht hier deutlich besser. Ich überlege, nimmt sich auch die Zeit, was ich gut finde. Laufen nach F4. Weicht dem Abtausch aus. Ich hätte getauscht. Ähm, sie hat ja einen Bauernmeer, um hier den Köger in der Mitte zu lassen. Jetzt wird Ruths hier wahrscheinlich mit seinen Bauern ankommen. Versuchen, weiter Öl ins Feuer zu gießen. Aber trotzdem steht weiß nach wie vor besser. Richard, warst du mal in der Antarktis? Nein, Markus, ich schreibe Bücher. Ich sitze zu Hause in meiner Chemimate und versuche aus den großen Werken der Philosophie Profit zu wringen, indem ich sie etwas anders schreibe. Dazu muss ich nicht reisen. Ich verbringe meine Zeit sonst gerne im Berliner Zoo. Ja, das ist ganz interessant. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich war mal in der Antarktis, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ja, mit Joey Kelly. Mit Joey Kelly ein Iglu gebaut. Und das ist wirklich eine tolle Erfahrung gewesen. Hat mir viel beigebracht, so über die Art und Weise, wie man das Leben auch sonst so wahrnehmen kann. Musst du unbedingt mal machen, wenn du mit deinem Buch fertig bist. Ich bin ja großer Fan deiner Bücher, habe ich dir ja schon immer gesagt. Aber die Antarktis, toll, wirklich. Ja, Markus, du hast das schon sehr, sehr häufig erzählt. Ja, ja. Du alleine, alleine mit dir und der Natur und deinen Gedanken warst. Und deinem 30-köpfigen Kamerateam und den Ärzten. Das ist eine sehr inspirierende Geschichte. Lauf einer T6. Ruth bietet die Zugwiederholung an. Maluna könnte jetzt zurückgehen. Aber das sollte sie nicht tun. Dann gibt es die zweite Chance für diesen kleinen Trick. Also sie kann einfach die Läufer tauschen. Ruth hat halt immer hier den Punkt H2 im Blick. Ihr könnt ja auch mit Damen nach D2 den Läufer decken, die Spannung wie Aufräder halten. Also es gibt viele Möglichkeiten. Mal schauen, wie sie sich entscheiden. Hat noch genug Zeit hier, wirkt sehr konzentriert. Ruth hat jetzt auch ein bisschen nachgedacht, ne? Eine Minute nachgedacht, so kennen wir ihn gar nicht. Hat er Respekt etwa oder was? Ruth, hörst du mich? Ruth, wenn du mich hörst, dann zwinke einmal. Sorry, Baby. Über Privates rede ich nur mit Ruth. Maluna schlägt. Dame schlägt. Gute Frage hier im Chat. Ruth unter neun Minuten, ist das schon mal passiert? Das wird schon mal vorgekommen sein, aber wahrscheinlich später in der Partie sonst, ne? Also hier droht erstmal keine Gefahr. Ruth hat halt seine üblichen Geschichten hier. Er versucht auf diesen Punkt Druck auszuüben. Und Maluna versucht den Punkt zu entlasten mit Bauern nach G3. Gut gedacht, könnte Ruth dazu inspirieren, hier mit Bauern nach H4 weiter rumzustressen. Also es sollte alles nicht funktionieren aus schwarzer Sicht. Da weiß er auch hier im Zentrum jederzeit die Initiative ergreifen kann. Aber es ist. Er ist drin in seinen Mustern. Maluna sehr konzentriert. Bauern nach H4 wäre der logische Versuch, in der Hoffnung, dass wenn der Springer schlägt, dann hier bei dem Turm zu schlagen, wenn der Bauer zurückschlägt, dann Dame schlägt, H2 zu spielen. Das wäre doch schon matt. Das wäre matt. Das wäre matt. Aber er ist natürlich nicht gezwungen, das mitzumachen. Bauern nach H4. Springer nach E4 zum Beispiel. Dann Bauern nach D5. Das sieht schon alles noch gut aus. Ruth überlegt. Dame nach E7. Naja. Er findet nicht so richtig Zugang zur weißen Stellung. Dame nach E7. Zieht die Dame schon wieder. Es ist an der Zeit für Maluna hier. Die Mitte zu öffnen. Wo der schwarze König sich ja auch befindet. Und damit den Druck zu erhöhen. Fällst du von ... Na, wir sind zu spät. Nein, wir haben Zeit. D5 gut gespielt. Aluna spielt gut. Ja, finde ich auch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass hier noch gar nicht so lange Schach spielt. Ja, Lernkurve auf jeden Fall. Brutal. Springer nach D8. Ruth zieht sich zurück. Und es sind so ein bisschen Vibes von der ersten Ruth-Partie gegen Gunnar auch. Wo auch, ja, Bauern geopfert hat, aber dann nicht so richtig das Follow-up, da unter Druck geraten ist. Turm nach E1 oder Dame nach D4. Also häufig seine Flankenoffensive lässt sich gut kontern durchs Spiel in der Mitte. Und das sehen wir hier wieder. Mal schauen, wie es weitergeht. Es gibt viele Möglichkeiten für Weiß. Sie könnte auch diesen Bauern vorziehen. Sie könnte er schlagen. Es gibt viele gute Züge. Bin gespannt. Ich glaube, ich würde irgendwie versuchen, auch den Springers. Sorry, auf C3. Irgendwie mal da noch mehr ins Spiel zu bringen, damit ich dann da auch... Auf die Gabel. Ein bisschen mehr. Zack, zack. Torna R1. Auch guter Zug. Lässt allerdings diesen Bauern hier aus dem Blick. Das heißt, sie muss jetzt aufpassen, wenn die Dame hier ankäme, das dann zu parieren mit Dame nach D4. Hm. Na, vorher hast du in der Kontrolle. Und Roos, ja, macht auch... Okay, er versucht jetzt Springern nach P5 zu verändern. Aber er macht auch keinen Druck, ne? Jetzt die nächste Figur in der Mitte. Dame in D4, Turm D1. Dann irgendwann bricht so eine Störung zusammen, meistens. Von der Position der Figuren, hast du das exakt so schon mal gesehen? Nee. Weißt du doch gar nicht. Der Springer hier ist nicht sehr, sehr typisch, sagen wir mal. Ja, aber du hast eine Million Schachpartien, Mann. Du kannst mir jetzt 100% sagen, dass keine davon so mal aussah. Ja. Verdammt. Dann soll ich dich anlügen. Ja, woher willst du denn wissen, wie eine Million Schachpartien aussahen? Ich weiß nicht, dass ich diese Störung noch nie gesehen habe. Wäre aber auch sehr random, wenn die schon mal irgendwo anders entstanden wäre. Kannst gleich die Datenbank durchsuchen mit der eine Million Partien. Versprech dir, dass die nicht drin ist. Aber nach D4. Gut gespielt von Maluna. Greif den Baul an. Gruß in Gefahr. Beide übrigens im Vergleich zum anderen Halbfinale sehr still. Also da wird wenig geredet. Ich glaube, Bruce murmelt ab und zu mal ein bisschen was in seinem Mikrofon zum Chat. Aber Maluna auch sehr konzentriert. Ja. Da haben wir schon besprochen. Ich halte das für die bessere Praktik, aber ist vielleicht auch sehr Charaktersache. Manche können sich vielleicht auch besser konzentrieren, wenn sie ihre Gedanken artikulieren. Ich glaube, hat Maluna ja auch ein bisschen gemacht in der ersten Runde. Aber ich mag auch die Stille. Ich bin ja allgemein auch nicht so ein kommunikativer Typ. Wie ist es bei dir, wenn du draußen bist, irgendwie so unter fremden Menschen, sagen wir im Supermarkt, hast du auch immer Airpods drin? Gute Frage. Ich gehe eigentlich nicht. Du gehst nicht raus. Ich versuche es zu vermeiden, soweit es geht. Aber ja, wenn ich tatsächlich mal draußen bin, dann habe ich schon meistens Kopfhörer auf. Maluna hat ja alles im Griff. Bruce musste auch seinen Springer zurückziehen, um den Bauern zu verteidigen. Maluna hat bisher lehrbuchmäßig alle Figuren in der Mitte. Sie könnte ja den nächsten Turm noch ranbringen. Hat einen Bauern mehr. Ja, überlegene Stellung. Aber noch ist es natürlich vorbei. Airpods sind das letzte bisschen Privatsphäre. Ich dachte, die Sonnenbrille. Naja. Das war ja eisig Eis. Naja, ja, ja. So. Ich kenne es nur von Loredana. Bauern nach B5. Sprenger E5 war auch guter Zug von Maluna. Bauern nach B5. Greift jetzt den Läufer an. Langsam wird es mir in den Finger jucken. Vielleicht den Bauern mal vorzuziehen. Muss sie auch nicht. Sie könnte auch den Läufer einfach umgruppieren. Ich spiele gerade was durch. Okay. Das ist mir zu kompliziert. Einen Springer, den willst du wahrscheinlich da lassen, aber wenn wir. C5. Auch eine B3, auch okay. Dann reicht hier aus. Maluna, bisher alles im Griff. Einzige kleine Angst, die ich hätte. Aber, wie gesagt, Weiß steht hier hoch überlegen. Wäre potenziell die Schwächung dieses Königs auf der Diagonalen. Aber es ist nicht sehr akut. Turm nach B8. Bruce möchte, ich weiß nicht mehr, was er möchte. Vielleicht mit dem Bauern hier vor. Maluna kann den nächsten Turm in die Mitte bringen. Sie kann auch bei Bedarf jederzeit die Stellung öffnen. Oder eben mit diesem Bauern vor. Ich würde aus Faulheit den Turm noch in die Mitte ziehen. Was ist mit Springer auf C6? Ja, geht. Der wird ja geschlagen von dem Springer. Weil der Springer so schlecht steht. Schlägt zurück mit Bauer? Ja. Macht sie auch, macht sie auch. Hätte ich nicht gemacht, weil der Springer hier so passiv ist. Das entlastet schwarz so ein bisschen. Trotzdem bleibt Weiß im Vorteil. Aber weil der Springer so schlecht stand, hätte ich den nicht abgetauscht. Gegen den schönen Springer hier in der Mitte. Trotzdem bleibt Weiß. In der Vorhand. Ganz klar. Weiß muss jetzt schlagen. Sonst wäre was weg. Aber da ist doch was in der Ecke. Dame A7. Wo schlägt? Das muss so sein. Jetzt Dame A7. Das wäre jetzt gedeckt. Ja, das ist ja die Dame. Ja, ja, ja. Mann, das ist immer. Irgendwo ist was. D schlägt C. Aber nur schön, aber auch besser. Aber das hat ja so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Nicht den Vorteil vergeben. Aber jetzt wird es härtere Arbeit. Die Stellung weiter zu öffnen hier gegen den König. Weil der Rambok von D5 verschwunden ist. Trotzdem nach wie vor vorteilbar. Auf der Uhr. 4 Minuten 40, 529. Beide nehmen sich Zeit. Auch Roos hier nicht mehr jeden Zugraum raushauen. Roos ist halt auch, solange er in seinen Mustern ist, ist er sehr, sehr schnell danach. Er hat so ein paar Sachen im Kopf, die macht er dann, wenn es nicht klappt, dann muss er auch nachdenken wie wir alle. Ich sehe keinen mega geilen Zug gerade für Maluna. Ist ja auch nicht dran. Denk ja schon weiter. Ja, ja, ja. Oh, es soll wahrscheinlich einmal rochieren. Das wäre nicht. Er will natürlich eher hier so angreifen. Haarlinie öffnen. Objektiv riskant, aber passt natürlich zu seinem Style. Aber den könnte er doch einfach schlagen. Ja, das schwächt den König ein bisschen. Würde gehen. Ich würde es gleich ignorieren. Ich würde ja ein Tor in die Mitte. Und wenn hier geschlagen wird. Schlagen wir halt zurück. In dem Fall nicht zum Zentrum. Ja, schwer zu sagen. Ist halt eine Abwägungsgeschichte. Zum Zentrum schlagen öffnet die Haarlinie. Dann ein bisschen mehr Angst, dass hier irgendwann so ein Überfallangriff kommt. Sonst so als Faustregel zum Zentrum. Da war ich nicht sicher. Da haben wir ein F4 von Maluna. Greift den Turm hier an. Auch guter Zug. Der Turm muss ausweichen. Hierhin wahrscheinlich. Ja, und weiter geht's. Da muss Fuß erstmal sehen. Ja. Deutlich enger die Partie als angenommen. Würde ich jetzt mal sagen. Hm. Schon nach P6. Gut gespielt. Also Roos ist wieder ein bisschen im Geschäft hier jetzt. Maluna hat nicht gleich ihre Initiative umwandeln können in was Greifbares. Aber trotzdem haben wir ein Vorteil. Schürzhofer jetzt springen nach D5. War nicht so leicht natürlich. Weil der Bauer hier gefesselt ist. Oder Bauer einfach 1 vor, oder? Welche willst du davon? C7. Ja. Ich dachte, er ist ein Kind des Todes, da wahrscheinlich angegriffen wird. Können wir ihn nicht behalten. Manuna spielt da mal nach G5. Greift den Bauern an. Aber ist ein bisschen riskant. Wenn Roos jetzt hier schlägt, dann sich dann den Bauern zu schnappen auch noch. Schwarze Figuren weiter zu aktivieren. Also Roos hat jetzt die Chance hier. Zurückzukommen in die Partie. Redet er auch mal irgendjemand? Oder vielleicht mal so im Chat. Zeigt er mal hin. Können wir reinhören. Ich werde mal ein bisschen Risiko machen. Weiß ich, wie wir wahrscheinlich hier reinhören. Scheiße, jetzt macht er Risiko. Weiß nicht so wild. Ich komme mal hier so rein. Neuer Underground-Rapper. Mach da mal ein bisschen oben zu. Bauern nach H3, okay. Ich probiere mal, Alter. Ich komme irgendwie nicht richtig in das Spiel rein. Er hofft hier, eines von Tages mit der Dame auf G2-Matt zu setzen. Aber es blockt natürlich den Turm auch aus. Immer zweischneidiges Schwert, dieses Bauern nach H3. Oder hier schlagen. Also klassische Risiko-Entscheidung. Ja. Das ist... Aluna gnadenlos nimmt den Bauern weg. Spricht auch nichts gegen, soweit ich sehen kann. Turm kann die Dame angreifen. Die Dame geht zurück. Wenn der Turm die Dame von hier angreift, geht sie hier hin. Also, ein bisschen riskant die Mischen da. Aber es scheint alles zu funktionieren. Ja. Tor nach H3, jetzt muss die Dame hierhin ausweichen. Aber weil es kein anderes Feld gibt, das sollte sie sehen. Ich will gleichzeitig den Bauern hier im Auge behalten. Das ist nach wie vor Vorteil mal Luna, die ja sehr, sehr gut spielt. Also, ich kritisiere an einzelnen Zügen, das sind ja Kleinigkeiten. Also, es werden keine ersten Fehler gemacht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass sie erst so kurz Schach spielt. Da haben wir nach H6 auch gespielt, ist ja sehr, sehr starke Leistung. Greift jetzt auch unten den Bauern wieder an, ne? Eigentlich muss er jetzt den auch wieder beschützen. Nicht leicht, nicht leicht. Drei Bauern mehr ist dann natürlich schon auch ein Vorteil. Das ist eine Leichtfigur. Habe ich einfach selber ausgerechnet jetzt mal. Sehr gut. Ja, gut, da ist natürlich ein Bauer auch. Bedroht, das stimmt natürlich. Läuft nach B7. Roos erhöht das Risiko. Im Plan ist es, wenn der geschlagen wird, dann die Dame schlagen soll und hier Schachmatt gesetzt wird. Aber es ist eine, sagen wir mal, riskante Entscheidung. Wenn Maluna zum Beispiel schlägt, die Dame schlägt und Maluna das sieht und diesen Mattbauern eliminiert, dann hätte sie Haus und Hof mehr auf einmal. Aber sie muss natürlich sehen. Okay, also Roos, wie üblich, mit Tricks. Vielen Tricks. Dame schlägt. Hören wir mal, was Maluna sagt. Das ist gruselig. Ich werde gehen. Glaube ich. Aber warte, wenn er da rein will, kann ich auch immer noch nach da. Dann bin ich, glaube ich, safe. Sie scheint, ja, sehr gut. Sie hat es gesehen. Stark. Maluna, zu stark. Nimmt den Bauern weg, pariert die Drohung und jetzt hat sie eine Figur und zwei Bauern mehr. Das ist schon eine Menge. Da wird noch ein Schluck genommen. Maluna bisher mit sehr, sehr überzeugender Leistung und Roos wird auch ein bisschen traurig jetzt. Also, es ist ja sein Style halt auch, das hohe Risiko zu nehmen. Aber hier hat sich's bisher nicht ausgezahlt. Das Ding ist halt auch, dass er rante ich ja manchmal auch so ein bisschen. Auch wenn er ja weiß, dass es auch viele Siege versprechen kann. Das korrekte Schachfigur in die Mitte, Stellung öffnen. ist halt gemein gegen Russes-Taktik. Deshalb. Gegen Chaos hilft nur Ordnung. Ist das so? Sag ich's mal meinen Kindern immer, wenn ich so ins Kinderstimmer gehe. Ja. Maluna überlegt. Können wir auf 1 ja, das ist ein bisschen ... Bisschen zu viel Angst vor der Dame. Eine Dame alleine kann ja nicht viel tun. Einfach Tonner E3. Können wir auf 1 kein Fehler, aber die Richtung gefällt mir nicht. Bei Roos hier mit dem Springer ankommen und dann muss sie ein bisschen aufpassen. Dann droht hier wieder Matt. Also, jetzt kann's noch mal spannend werden. Könner F1 gefällt mir nicht. Gibt auch dieses Element, das jetzt hier Schach gegeben werden kann. Das war nicht nötig. Und Spannach G4, das nutzt Roos natürlich diese Angriffspattern. Hat er alle drauf. Jetzt muss Maluna eigentlich schon diesen Zug sehen. Da hat sie's noch mal spannend gemacht hier. E4 geht auch. Aber nach G2 ist der sauberste Weg. Findet sie das? Es droht halt Hirschach Matt. Wenn man das so parieren würde mit dem Turm hier, dann wäre Hirschach Matt. Also mit Könner F1 hat sie sich das Leben viel, viel schwerer gemacht. Das ist so gemein, das ist so eine kleine Ungenauigkeit, nenne ich mal, das Ganze schon. Ja, noch geht's, aber, ja. Jetzt musst du sehr aufpassen, denn vorher gab's viel mehr Margin. Schneller, schnell, 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 triff eine Entscheidung. Triff irgendeine Entscheidung jetzt. Nee, nee, nicht irgendeine Entscheidung. Jetzt musst du die richtige treffen. Das kann passieren. Aber dann bin ich auch, ich geh nach da. Ich, 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 ich geh nach da. Ja. Bester Zug. Bester Zug. stark. Stark gespielt. Und Roos tauscht die Damen. Das hätte ich niemals gemacht. Ich glaube, er spielt jetzt auf Zeit, übersieht hier auch die Springergabel. Aber auf Zeit zu spielen ist natürlich riskant mit den 10 Sekunden Zeitgutschrift. Oh ja, aber das ist die Frage, ob sie die Fesselung sieht. Das sieht sie nicht. Ja, ja, das sieht sie nicht, aber muss sie auch nicht. Sie hat im Moment ja eine Figur und ich glaube zwei, drei Bauren mehr. Also vollkommen gewonnene Stellung. Aber die Zeit könnte noch ein Thema werden hier. Oh ja. 10 Minuten Zeitgutschrift. 10 Minuten? Luna, 10 Sekunden. 10 Minuten mehr. Zeitgutschrift. Das ist kein Thema. Du musst jetzt die Ruhe bewahren. Sagt sich so leid. Das Spiel war ja gut. Oh ja, schöne Gabel. Wie schnell du die gesehen hast. Gut, Jan. Danke, danke, danke. Habe ich schon mal gesehen, nicht schon? Auch gut. Jetzt kommt die Gabel. Das ist die Gabel. Aber es gibt noch eine Falle. Es gibt noch eine Falle. Maluna darf jetzt nicht vor mit dem König, denn dann wäre es tatsächlich aus heiterem Himmel noch matt hier. Also es ist eigentlich ein ziemliches Wunder, dass es überhaupt noch diese Hoffnung gibt. Aber sie muss sich zurückziehen. Und sie geht vor und Bruce kann matt setzen. Scheiße. Uff. GG. Oh ja, ja, ja. starkes Spiel von beiden, möchte ich sagen. Aber das steht also auch real bad, was ich glaube. Nein, überhaupt nicht. Das wäre alles gut. Uff, was für ein Ende. Man muss ehrlich gesagt sagen, Maluna hat ganze Partie dominiert und dann hier im letzten Zug lässt sie sich noch matt setzen. Ist natürlich auch Bruce Stärke, dass er immer auf die letzten Hoffnungen, auf Aktivität noch guckt. Aber... Er hat schon sehr gut gespielt. Wirklich gut gespielt. Uff. Also es war einfach ganze Partie, eine starke Leistung hier von Bruce, der Angriffsplan, den wir schon ein, zwei Mal von ihm so ähnlich gesehen haben. Maluna ist alles gut pariert. Ich habe die ganze Zeit sehr gut gespielt. Nichts auszusetzen. War alles eine gute Partie. Ich habe mich am Ende von der Gabel wieder verleten. Auch hier läuft der B7 war natürlich ein bisschen spekulativ. Maluna hat auch hier wieder gesehen, dass er es matt parieren kann mit dem Bauernschlag. Sehr gut gesehen. Sehr gut gesehen. Echt alles super gespielt. Naja, also sehr gut gespielt auch, dass du die Dame getauscht hast. Einzige Möglichkeit, wie ich das so gesehen habe. Ja, ihr Dame G2 war auch nochmal wichtig. Genau. Ja, das war schon sehr gut. Jede zum Beispiel wüsste das nicht. Nee, und dann, als die harte Arbeit getan war, hier auf den letzten Metern, ich hätte noch einmal H4 Schach gespielt oder so, dass der Turm gar nicht reinkommt. Ja, das habe ich auch gedacht. Ja, das wäre echt killer gewesen. Aber auch so Spann schlicht B6. Jetzt war eigentlich 50-50, oder? Wenn du zurückgehst, gewinnst du, weil dann passiert hier nichts. Und wenn du vorgehst, dann ist tatsächlich auch, ja, seltenes Konstrukt, aber matt in einem Zug, da kann ich auf einmal kein Feld mehr. Ja, hier draußen bei mir ist total Chaos. Krass. Cheekmaus schläft. Mir ist alles egal. Cheekmaus. Oh Mann. Ey, sorry Leute, auf jeden Fall, ich komme irgendwie nicht rein. Ich habe einen Herzschlag von 130 oder sowas. Das ist hoch oder tief? Das hoch. Das ist hoch. Du musst auch die ganze Zeit essen, sonst kann ich mich nicht beruhigen, sorry. Alles gut. Gönn dir. Acht auf deine Gesundheit. Nur, dass sie nicht denken, ich bin so unhilflich, aber es geht nicht anders. Ach, Cheekmaus. Ja, also Glückwunsch, Roos. Das war eine sehr, sehr spannende und enge Partie, aber der amtierende Champion setzt sich hier durch. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich auch beeindruckt, wie Maluna hier immer, also bis ganz kurz vor Schluss immer die besten Züge oder mit die besten Züge gefunden hat. Also Jan hat immer gezeigt, sie muss das hier finden, sie muss das hier finden und sie hat es immer gefunden. Also das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Stark gespielt. Danke. Das sollte dir Mut und Hoffnung geben für die zweite Partie jetzt. Ihr könnt euch eigentlich auch schon direkt challengen. Wir machen ohne Unterbrechung weiter. Achso. Okay. Wo kriege ich dann? Nein, 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 Revanche. Hast du eine bekommen? Revanche ist am einfachsten, glaube ich, genau. Na, dann können wir gleich weitergehen. Soll ich machen? Ja. Perfekt. Da sind wir. Dann viel Glück euch zwei. Roos mit dem weißen Stein jetzt, da ist er natürlich, ist er natürlich stärker. Spielt die Roos-Standarderöffnung D4 und läuft nach G5. Ja, bisschen bitter für Maluna, weil es auch, dass Matt ja so ein bisschen zufällig war, normal so ein Turm und so ein Springer setzen da ja nicht Matt. Aber es ist, wie es ist. Roos ist dran geblieben und auf einmal war es vorbei. Das haben wir schon gesehen. Im Verlaufe dieses Turniers, ich glaube, Gunnar hat auch so gespielt. Dieser Zursperner C6, ich bin nie so ein Riesenfan davon, aber das ist auch schon komplizierte Gründe. Echt, den C-Born bin ich so gerne verstill, weil der noch im Zentrum kämpfen könnte. Ja, nichts Tragisches. Das Läufer raus wäre normal. Boner E6 würde auch gehen. Bisschen passiver. Mal schauen. auch keine Pause, keine Pause hier jetzt gleich nach dieser bitteren Niederlage oder nach dem glücklichen Sieg. Das macht ja was mit einem. Ja, es ist ja auch ein Spiel, das enorm auf die Mentalität geht. Eigentlich schade, dass Nils kein Schachspieler ist. Er ist bei solchen Sachen immer sehr gut, bleibt immer innerlich sehr ruhig in solchen Situationen. Das kenne ich ja vom Beef noch. Problem ist, dass er natürlich ein bisschen dumm ist. Ja, das kann ich aus Erfahrung sagen, muss kein Hindernis sein. Also ich glaube, diese Kälte ist sehr wichtig. Ja, das stimmt. Ich habe die vielleicht nach außen, aber nicht nach innen. Das würde Nils vielleicht auch behaupten. Also, mir würde man es nicht anmerken, aber ich wäre schon sehr nervös jetzt. Ja, was die Partie angeht, und Roos hat beide seine Läufer gegen die schwarzen Springer gegeben, damit zwei Bauern verdoppelt, aber Maluna, das Läuferpaar und das Zentrum, also objektiv eine gute Stellung. Ich hätte ja lieber Schwarz, aber ich mag ja auch Läufer, vorne E6, Läufer raus und alles in Ordnung. Allgemein, Malunas Partieanlage immer sehr, sehr vernünftig. Gute Spielerin, bis auf den einen letzten Zug. Vor allem das Potenzial, wenn man erst, also wenn die regelmäßig spielen und trainieren würde, dann würde ja alles rasieren. Oder? Schlägt sich hier überragend, denn Roos spielt ja seit vielen Jahren viel Blitzscher und Maluna spielt seit ein paar Wochen, hat aber echt schon super viel, super viel gelernt. Und ich glaube allgemein, diese Streamer, diese Gamer, die es gewöhnt sind, sich auch schnell in so Sachen reinzuarbeiten. Manchmal die Lernkurve, wenn dann die Sucht dazukommt, weil Maluna ja auch zuletzt sehr süchtig war. oder sehr viele Stunden reingehauen, Schach. Man muss natürlich sagen, der Altersunterschied vielleicht auch noch eine Rolle spielt. Maluna, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, so Mitte, Ende 20 und Roos ist glaube ich 71 oder so, ich weiß nicht genau. Geboren oder Jahre alt? Nee, nee. Geboren ist er glaube ich 43. Wie alt wäre er dann? Sechs auch, Rechnung. 80. Maluna ist 23. Mitte 20, habe ich doch gesagt. so, hier geht's weiter. Manchmal bei den Züge nicht aktualisieren. Schon mal schuld. Ich war das Land. Der Sprenger springt, Maluna besitzt das Zentrum, Maluna spielt das wieder. Alles ordentlich, der Läufer soll jetzt aus dem Weg gehen. Und weiter geht's. Und Roos, diesmal auch hier den König in Sicherheit gebracht, nicht so viel Quatsch gemacht. hat schon ein bisschen gelernt aus der letzten Partie, dass er Maluna nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Nils Bohmhoff ist im Chat. Nils Bohmhoff im Chat. Ich glaube, der hat einen Alert, wenn ich seinen Namen sage, dann kriegt er direkt aufs Handy. So ein bisschen wie Batman. Da muss man auch haben heutzutage, ne? Läufer nach E4, gefällt mir nicht so. Weil der Läufer jetzt geschlagen werden könnte, dann der Springer hier auf das Feld streben. Ich habe den Läufer erstmal hier gestellt. Nils ist Batman. Ich habe mit Nils schon besprochen, auch wenn Nils jetzt vielleicht nicht die Liebe für Schach in sich trägt, dass er es ja einfach aus Businessgründen machen muss. Schach boomt auf Twitch hier, alle jungen, hippen Streamer spielen jetzt Schach. Es wird kein Weg dran vorbeiführen. Und dann könnt ihr hier Royal, Royal Schachbeef kommt. Er könnte doch zu dir in so eine Art Trainingslager gehen. Das ist ja eigentlich das Tolle, dass wenn jemand gar keine Kenntnisse hat, weil dann sieht man und dann zieht ihr euch ins Kämmerchen zurück und dann in die Keminate und dann kommt der wieder raus und dann gucken wir, was hat das Bootcamp gebracht. Man könnte so ein bisschen wie bei, wie heißt hier, Let's Dance, weißt du, so jeder kriegt ein Tanzlehrer, mit dem wird dann trainiert und dann so ist ja Zugzwang im Prinzip auch, nur dass jeder mit Kugelbuch tanzen muss. So, Baum schlägt D4. Hier hat Maluna jetzt das Problem, dass ihr König ein bisschen exponiert ist und Roos hat die Partie sehr solide angelegt. Steht jetzt besser nach. Dame schlägt D4 oder auch Springer schlägt D4, weil der schwarze König ein bisschen unsicher ist. Noch nichts Schlimmes passiert, aber das ist eine unangenehme Steigerung für Maluna. Beginnt mit diesem Läufer nach E4 und vor allem mit dem Öffnen der Steigerung mit Bauerschläge D4. Das gefällt mir nicht, weil der König hier in der Mitte war. Ich hätte immer auch den Läufer zurückgezogen. Aber zurück zur Partie. So steht's. Warum sehen wir eigentlich die weißen Figuren oben? Das finde ich eng. Ich kann's Brett drehen. Wir können's hier aus Roos-Perspektive sehen. So. Ja, besser. Danke. Auf einer H6. Back to the Roos. Springer schlägt E4 würde jetzt funktionieren. Mit dem Bauern gewinnen. Also Maluna unter Druck. Ist aber auch echt, glaube ich, schwer, sich von dieser letzten Partie so schnell zu erholen. Aber es kann ja auch Selbstbewusstsein geben. Also ich finde, sie hat ja wirklich das gut gemacht. Ja, ich will. Du siehst doch, gewinnen die Partie, wenn man schon alles mehr hat. Ja. Ja, mal gucken. Hier ist auch noch nicht vorbei. Und Roos. Ja. Ich hätte sowas von diesen Läufer weggenommen. Aber er will mehr. Er mag seine Springer. Schickt den los hier. Haben wir ja gestern auch schon drüber geredet oder wann war's vorgestern? Dieses Thema Springer im Vergleich zum Läufer. und dass der Springer gerade bei Anfängern immer noch diese Überraschungsmomente hat mit den Gabeln. Ja. Ja, einfach irgendwie. Aber hier, manchmal ist die Entscheidung halt nicht close. Also wenn du hier wegnehmen kannst und dann den Bauer mit Schach schlagen, dann sollte man das machen und nicht wegen der Hoffnung auf Gabeln. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Und deshalb liebt Roos gleich auch seine Springer, weil die halt tricky sind, hier reinzuschlagen. will er jetzt. Wie viel Platz im Schachsport ist für Menschlichkeit? Ist da Platz? Ist da Raum? Hm, ich weiß nicht, wie du das meinst, aber Schachspieler sind Menschen. Das wissen die wenigsten. Ähm, und ich glaube, am Brett geht's meistens relativ fair zu, aber da wird ja nicht viel geredet, da findet jetzt nicht viel soziale Interaktion statt. Ich meine, es ist schon so, wenn man auch sich so mal so Partien anguckt, wenn dann Magnus Carlsen gegen irgendjemand gewinnt, da wird sich kurz die Hand geschüttelt, dann geht jeder seines Weges. Beim Tennis, da gibt's dann noch mal eine Umarmung. Selbst bei der UFC, wenn die sich die Fresse reinkloppen, dann nehmen die sich im Arm und sagen, danke für den Fight, du hast alles gegeben. Aber beim Schach ist es wie so zwei Taschenrechner, die beide ausrechnen, der eine Taschenrechner als Richter-Ergebnis, dann wird ein Haken an die Sache gesetzt und geht's zur nächsten Aufgabe. Was soll ich dir sagen? Schachspieler sind Menschen, es sind keine Taschenrechner. Man kann drüber diskutieren, ob es vielleicht im Schnitt introvertierte Menschen sind, aber auch da gibt es sehr viele verschiedene Typen, aber am Brett ist halt Business Meistern und Schach-Custom ist halt, du gibst dir danach die Hand und umarmst dich nicht. Außerhalb des Brettes gibt es Freunde, Feinde. Da menschelt es manchmal. Könner E7, Maluna hat jetzt hier gute Chancen, denn Roos hat sich ein bisschen verrannt, wollte dieses Schach geben, aber er hat jetzt das Problem, dass wenn dieser Bauer hier den Läufer schlagen würde, dass Maluna jetzt den Springer schlagen würde und er kann nicht gleichzeitig den Läufer schlagen und seinen Springer retten. Sprich, er hat ein bisschen zu schnell geschlagen und Maluna steht jetzt besser, hat wieder alle Chancen. Es bleibt spannend. Ah, der Zug gefällt mir nicht. Und das sage ich nur, weil der Balken nach unten gegangen ist, nicht weil ich wüsste, warum. Der Balken? Der ist verlass und Ruhespiel G3. Jetzt kann Maluna den nächsten Springer schlagen, dann werden die beiden trickreichen Springer verschwunden und sie hätte zwei Läufer mehr und sie wäre wieder sowas von auf der Siegerstraße. Guck auf den Springer. Guck, was er sagt. Ja, sie macht's. Es ist wirklich gut. Es ist wirklich gut, wie sie spielen. Bruce tauscht auch wieder die Damen. Da kennt er auch immer nichts. Also hat viele Figuren weniger und tauscht trotzdem die Damen. Ich würde sie da, um die Hoffnung aufzuhalten, immer am Leben lassen. Aber der Erfolg gibt ihm ja recht, ne? Und dann kann ich sagen, was ich will. Aber man muss natürlich sagen, wenn oder sollte Maluna hier gewinnen und wir ins Armageddon gehen ... John Wick wär knapp, ne? Geht grad los. Ja, nee, aber dann ist Bruce vielleicht ein bisschen im Vorteil mit seiner schnellen Spielweise, aber ... Ja, ich glaub, Maluna wär auch schon viel Blitzschach gespielt haben jetzt. Aber natürlich, grundsätzlich, je kürzer die Bedenkzeit, desto mehr ... Je viel des Bruce in die Karten, weil ... Weniger nachdenken, desto besser für Bruce. Als das, was du grad gesagt hast. Hm ... Nee, ist nicht, was ich gesagt hab, aber das kann man so interpretieren. Das ist ziemlich genau, was du gesagt hast. Je kürzer die Bedenkzeit, desto besser für Bruce. Aber das ist doch ... Kürzere Bedenkzeit heißt weniger denken. Na, das kommt drauf an. Machst du jetzt hier einen auf Precht, oder was? Nein. Hab ich so nicht gesagt. Das ist dein Beef mit Bruce. Nicht meiner. Ähm ... Ton nach G8. Schwarz sollte das hier relativ locker gewinnen. Das ist meine Rosin. Ist keine Rosin. Ist trotzdem meine. Okay. Ja, dann nimm halt. Mir doch egal. Rosin. Das find ich auch nicht schlecht. Gutes Wortspiel. Hatten wir noch nicht. Maluna muss jetzt überlegen, wie sie hier den König matt setzen kann. Ich hab schon wieder viel zu viele Pfeile gemalt. Ich finde keinen direkten Weg. Ist natürlich auch nicht zwingend. Und wenn nicht, zwei Läufer mehr werden schon einmal geregelt kriegen. Aber solange weiß, diese kompakte Bauernstruktur hat, ist es nicht ganz leicht, da durchzubrechen. Mal gucken. Wie bricht man denn durch so eine Bauernstruktur? Eigene Bauern vor? Ja, sie könnte vorbereiten, hier den Break zu machen. Sie können es hier auch, weil sie zwei Läufer mehr hat, auch mit Figurenspielregeln, erstmal den Rest der Armee aktivieren. Und irgendwann würde das ganze Konstrukt zusammenbrechen. König könnte auch noch reinlaufen. Aber grundsätzlich ja, irgendwann die Bauern hier als Wellenbrecher nutzen. Wäre schon gut. Jetzt soll sie erstmal den Läufer hebeln. Hm. Das war übrigens ein Scherz, was ich vorhin über Nils gesagt habe. Wollte ich nochmal festhalten. So gut ist der mental gar nicht. Ähm. Bauern nach F4. Schwächt. Schwächt den Punkt G3. Okay, noch nicht so leicht anzugreifen. Aber grundsätzlich, je mehr Bauern man vorzieht, desto mehr Schwächen hinterlässt es auch. Jetzt der Bauer schwach. Der Bauer schwach. Das sollte mal Luna in der Maße machen, ja. Der Bauer hängt mit Schach. Und es wird eng für den Weißen König. Mhm. Wenn sie jetzt hier Schach gibt, muss der Bauer dazwischen ziehen. Der Läufer kann ihn schlagen. Und sie sieht es. Zeichen stehen auf Tiebreak. Dass der Turm den Läufer schützt? Schon. Sehr schnell gegeben, das Schach. Jetzt überlegen, ob sie mit dem Turm oder mit dem Läufer schlägt. Das ist gut. Beide Züge sind gut. Plus sieben jetzt schon. Das wird auch nicht mehr besser werden. Plus zwölf. Ja. Hass. Es gibt verschiedene Wege zu Matt. Der sauberste wäre hier Schach. Hier Schach. Der König hat nur dieses freie Feld. Und dann hier wäre Schach Matt. Es ist sehr nebenlösig. Was sagt Bruce? Was sagt Bruce? Lasst uns reinhören. Mona rechnet. Sie hat auch noch alle Zeit der Welt. Sie gibt das Schach wieder. Beste Zug. Matt ist nicht so leicht zu sehen. Sieht sie auch? Schach Matt. Oh nein, habe ich gemacht. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Wow. So, jetzt höre ich dich wieder. GG's. Sehr gut. Ich höre dich jetzt auch wieder. Sehr gut. Dankeschön. Also ich bin ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Das war unfassbar gut, Maluna. Echt gut. Dankeschön. Danke, danke. Wie lange spielst du Schach? Immer die besten Moves. Ja, ja. Wie lange spielst du Schach? Nach einem Monat. Das kann aber doch nicht sein. Also jetzt sag mal ehrlich, wie lange spielst du Schach? Ja, ich habe vier Stunden geschlafen, habe die ganze Nacht Schach-Theorie gemacht. Mir geht's gar nicht gut. Bist du irgendwie so ein Wunderkind, so ein Superbrain irgendwie? Hast du irgendwas, was wir nicht wissen? Nein, nein. Mathe Leistung, acht Punkte oder sowas? Irgendwas Unerreichbares? Ich hatte zwei Punkte Mathe, Abi, wenn du es so genau. Das gibt's doch gar nicht. Bis wo geht denn die Abi-Skala in? Ja, bei mir bis acht. Bis acht? Ja. Ach so. Bei uns gab es 15. 15 ist richtig, ja. Das war ja eine theoretische Zahl. Eine Fünf oder so. Ja, eben. Das ist ja wundervoll. Das war der Joke. Aha, okay, okay. Ich bin ein bisschen langsam. Eine Acht. Wie immer sei. Wow. Ich gucke noch mal rein. Ja, es war toll. Es war toll. Wir gucken mal direkt mal rein. Nein, also, ähm, es war quasi fehlerlos, Jan. Ja, das würde ich so nicht sagen. Aber es war eine gute Partie auf jeden Fall. Also, ja, Ruse hier aus der Öffnung, die Läufer gegen die Springer getauscht, dafür die Bauern da verdoppelt, sich dann solide hingestellt. Ich fand eigentlich, wie Ruse hier auf dem Gespieler, ganz gut hier. Stand hier. Bisschen angenehmer, dachte ich, weil der Schwarze König kein so sicheres Feld hat. und, na, E schlägt D4, Dame schlägt D4, Läufer A6. Ruse, du magst die Springer, ne, aber in so einem Fall hier kann man ruhig mal so einen Läufer wegnehmen. Wenn du hier wegnimmst, dann noch den Bauern, dann, wer weiß, schon sehr, sehr im Vorteil gewesen. Ich musste so lachen, weil ich noch meinte, ich kann nur mit Springern gut umgehen und dann habe ich so zwei Läufer und ich so, hm, was mache ich jetzt? Das war ich ein bisschen überfordert mit. Ja, der entscheidende Moment war tatsächlich hier in der Springer H5, Läufer schlägt F3, sieht verlockend aus, was Ruse gemacht hat, schlägt den Bauern, aber das ist tatsächlich ein Fehler, weil das verliert eine Figur. Was richtig gewesen wäre, wäre jetzt zurückzuschlagen und dann steht weiß ein bisschen besser, geht weiter. Zu viel Risiko. Ja, hier in der Springer steht F6, Kür E7, ist halt Doppelangehörig sozusagen. Jetzt greifen die beiden den an und der Läufer ist noch am Leben. Der Springer kommt noch nicht weg. Also natürlich sehr für Lockenbauer mit Schach zu schlagen, aber das war tatsächlich der Wendepunkt. Und danach hat mal Luna das hier alles gnadenlos runtergespielt und Ruse keine Chance mehr gehabt. Ja, echt gut. Ey, du hast mir keinen Raum gelassen, nur perfekt gespielt. Also wirklich, einer, der minimalen Fehler hat, ist dann halt, das war wie in der ersten Runde. Ich muss so aufpassen die ganze Zeit. Überall eine Drohung, das ist übel krass. Auf jeden Fall steht es eins zu eins und es geht damit in die Verlängerung. Das heißt, wir brauchen eine Auslosung, wer die weißen Steine kriegt, wer die schwarzen Steine kriegt. Das ist glaube ich, bitte. Jetzt die zweite, zweite Armageddon für Ruse. So. Maluna, du darfst wählen. Ich nehme die Hand mit dem Ring, mit dem Ehering drin. Das ist, ich weiß gar nicht, welche Farbe das ist. Das ist schwarz. Das ist schwarz. Man kann es gar nicht so gut erkennen. Das ist schwarz, das heißt, im Falle eines Unentschiedens gewinnt Maluna, dafür hat Ruse den Zugvorteil, den, wie heißt der, wie sagt man, Anzugsvorteil. Ruse beginnt, muss dafür gewinnen, alles wie wir es kennen. Wir machen kurze Pause, dass ihr auch kurz durchatmen könnt, gehen in die Werbung. Danach gibt es hier die Entscheidung. Nur auf Rocket Beans. Wir sind zurück bei Zugzwang und wir suchen einen weiteren Finalisten für das große Finale. Ronny Berger steht schon fest und wir müssen ins Armageddon gehen, um den oder die Gegnerin zu finden. Ja, es bleibt spannend. Zwei sehr schwierige Partien liegen schon hinter Ruse und Maluna und sie müssen entstechen. Ruse mit den weißen Steinen, Maluna mit schwarz. Fünf Minuten, keine Zeitgutschrift. Die Entscheidung naht. Seid ihr ready? Ja. Ja. Wir sind bereit. Dann bringen wir es hinaus. Aber ich habe als weiß angefangen. Oh, oh, oh. Das ist falsch rum. Das müssen wir noch anders machen. Das geht so nicht. Wie kann man das denn wechseln? Ich glaube, man kann bei der Challenge oder ihr könnt einfach Revanche machen. Jetzt dreht es sich ja automatisch. Ich breche ab. Warte. Abbrechen und dann auf Revanche Partie. Okay. Hä? Das habe ich nicht gedreht. Mach nochmal. Aber jetzt dreht es sich. Und. Ja. Was? Nee, nee, nee. Das scheint so zu bleiben. Dann müsst ihr wahrscheinlich einmal Custom Challenge machen mit. Vielleicht mache ich mal einen Zug und dann verliere ich oder irgendwie sowas. Einen Zug machen, dann müsstest du es gehen, genau. Okay. Ach, du musst anfangen. Okay, jetzt mach. Jetzt brechen wir ab. Okay, jetzt Revanche. Ja, Imported zählt gleich noch nicht. Nee, nee, nee. Wir brauchen mehr Züge. Sonst challenge euch einmal mit hier. Man kann ja auch Custom. Chat, ihr seid ja süß, wenn ihr denkt, dass ich wirklich acht Punkte in Mathe hatte. Das ist eine Leistung, ey. Ich hab Mathe. Bei meiner Zeit konnte man es noch abwählen. Ich hab Mathe abgewählt. Ja, kann man immer noch. Ja? Aber nicht in Hessen. Maluna, du musst schon ziehen, ne? Ich weiß. Ich hab ja ein Hessen-Abi. Bist du auch in Hessen, Maluna? Ja, in Hessen ist das Pflicht. Okay, was müssen wir jetzt machen? Noch ein, zwei Züge und dann abbrechen. Okay. Wo in Hessen? Hanau. Ach, guck an. Da, wo Matheo auch herkommt. Matheo kommt aus Hanau? Das ist ein tolles Match. Das hab ich nicht gewusst. Simon kommt auch aus Hanau. Also Wächtersbach. Okay, jetzt haben wir es. Good luck, Herr Pfann. Okay, ich fang an. Roos mit Weiß, Maluna mit Schwarz. Es geht los. Bau nach D4, Bau nach D5. Der Läufer kommt raus, der Springer kommt raus. So kennen wir es alles schon. Roos tauscht ab. Auch das haben wir schon so ähnlich gesehen. Maluna bringt wieder den Springer raus. Fesselt jetzt hier den Rooschen-Springer. Jetzt die kurze Hochhade. Lege nahe, den König erstmal in Sicherheit bringen. Die vier Bauern, die ihn schützen. Aber sie entwickeln erst den Läufer. Roos bietet den Läufertausch an. Der Läufer nach G6 gefällt mir gut. Kompakte Formation hier. Hier geschlagen wird, könnte der Bauer zurückschlagen. Und die Bauern würden ein undurchdringbares Viereck bilden. Rooschen schreit sich auch um. Spiel Läufer nach B5. Möcht die Läufer jetzt auch auf dem Brett behalten. Und wir könnten wieder eine ähnliche Struktur kriegen wie in der letzten Partie, wenn er hier diesen Springer spielt. Können wir das Brett wieder drehen, auf Weiß unten? Wir können das Brett auch aus weißer Sicht machen. Schön. Bau nach A3 greift den Läufer an. Wenn du jetzt verwirrt bist, können wir es auch wieder ... Ich bin nicht verwirrt. Aber gut, dann lass mal. Schön grob ausgeglichen. Bau nach A6. Und Roos entscheiden sich jetzt gegen den Springertausch. Der kann sich nicht recht entscheiden. Läufer dahin, dann wieder zurück. Stellung nach wie vor ungefähr ausgeglichen. Bau nach H4, so kennen wir ihn. Geht zum Angriff über. Aber das ist noch nicht fatal. Maluna hat sehr viele Bauern, die ihren eigenen König hier beschützen. Können diesen Springer jetzt auf ... Schönere ... Achu! An Erdnuss verschluckt. Schönere Felder bringen. Oder die Dame ins Spiel bringen. Bau nach A5 war ein Fehler. Denn jetzt kommt Bau nach A5 und fängt den Läufer. Der ist kein Feld mehr, kann sich jetzt nicht mehr abtauschen. Das war ein Fehler von Maluna. Ah ja, mit Ansage, dass der Bau hier weiter vor will. Und sie hat ihren Läufer selbst einbetoniert sozusagen. Jetzt Roos, deutlich im Vorteil. Den wird sie verlieren. Ja. Es gibt auch keinen guten Ausweg. Dazu öffnen sie auch noch die Haarlinie. Also alles, wovon Roos hätte träumen können. Mit einem Zug hier. Deutlich, deutlich im Vorteil gekommen. Und das bringt Maluna jetzt natürlich auch raus. Jetzt braucht sie Zeit, versucht das Problem zu lösen. Aber es gibt keine gute Lösung. Muss ich jetzt ... Versuchen zurückzukämpfen. Spielt Bau nach F4. Roos wird den Läufer schlagen. Und eine Figur mehr haben. Ist das die Entscheidung? Er überlegt. Einzig guter Zwei ist, diesen Läufer zu schlagen. Sonst könnte er sich ja wieder retten. Das wird er machen. Luna auch. Musst du, dass er so lange überlegt? Er gewinnt nicht nur den Läufer, sondern öffnet auch noch die Angriffslinie für den Turm. Das sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Rausgesetzt, sie schlägt mit H7. Ja. Was, Dame nach T2? Er lässt den Läufer am Leben. Aluna kriegt eine zweite Chance hier, den Läufer zu retten. Kann jetzt hier tauschen. Und das sollte sie schnell machen, bevor es den Kollegen erwischt. Das ist aber merkwürdig. Hat Bruce morgen was vor in Berlin? Irgendwas? Ich weiß es nicht genau. Läufer nach E4, auch in Ordnung. Der Läufer bleibt im Spiel. Und Dame wieder alles offen. Er hat doch selber sie da eingeschlossen. Das kann er doch nicht gesehen haben. Überraschend. Bauer nach H6. Ich glaube, er hängt sehr an, sein Muster an den Bauern hier hinzustellen. Und dann versuchen, da matt zu setzen. Aber so einen Läufer sollte man schon mitnehmen. Von dem Spiel G6, das ist richtig. Er hält die Bauernformation hier kompakt. Aufschlägt E4. Bauer oder Turm, beides in Ordnung. Er hat wahrscheinlich Turm genommen. Aber Bauer ist in Ordnung. Wie sieht es auf der Uhr aus? Bruce leicht vorne, aber nicht entscheidend. Drei Minuten gegen zwei Minuten 50. Denn wir dürfen nicht vergessen, bei allem was auf dem Brett passiert. Wenn eine Seite keine Zeit mehr hat, ist die Partie vorbei. Aluna kann jetzt diesen Sprenger schlagen. Das würde ich machen, damit in ein gutes Endspiel übergehen. Danach die Damen tauschen. Sie schlägt erst den Bauern. Ebenfalls okay. Greift die Dame an. Bruce muss zurückschlagen. Und immer noch die Chance. Ja, jetzt nimmt sie weg. Ich würde die Damen hier tauschen. Gibt auch Alternativen. Die Dame auf dem Brett behalten. Also sie nimmt sofort den Bauern auch in Ordnung. Hast du das mit dir besprochen? Damen tauschen, wenn man im Vorteil ist? Ich habe noch nie mit Maluna... Ach, du hast gar nicht mit Maluna trainiert. Bauer nach C4. Das weiß ich so gut. Und ja, jetzt. Geschmackssache. Aber sie muss ein bisschen schneller spielen. Bauer nach B5. Und da sehen wir Roos wieder. Das sind die typischen Roos-Muster. Es sind nicht viele, aber sie sind effektiv. Bauer nach H6. Und dann hier mit der Dame Mats setzen. Sprenger da hin. Aber sie hat es ja schon mal abgewehrt. Vielleicht sieht sie es wieder. Ja, Dame nach E8. Aber jetzt hängt sie halt hier trotzdem immer an der Verteidigung dieses Mats. Deshalb wäre ich die Damen lieber getauscht, um diese Sorge nicht zu haben. Jetzt ein unbedachter Turmzug. Und zack, da ist die Dame. Trotzdem objektiv noch alles in Ordnung. Maluna könnte jetzt hier Jagd auf diesen Bauern machen. Aber jetzt hätte sie das Leben da ein bisschen schwerer mitgemacht. Turm nach der A8. Guter Zug. Turm nach der 1. Bitte den Turmtausch an. Das kann Schwarz ruhig machen. Aber Stellung objektiv besser für Schwarz. Am Brett nicht so leicht zu spielen. Wegen dieses lästigen Feldes. Da man in der E6 sie immer im Blick haben muss. Vielleicht irgendwann mal bei einer F6 spielen. Um diese Verbindung zu unterbrechen. Aber sie scheint sie ja auf dem Schirm zu haben. Dame G für Schach. Ah, nicht zu weit weg mit der Dame. Nicht zu weit weg mit der Dame. Das ist gefährlich. König wird einfach ausweichen. Und der Turm darf ja immer noch nicht hier wegziehen. Ist das spannend. Dame muss wieder den Turm decken. Hier oder hier. Zeit tickt unbarmherzig runter. Ja. Die Zeit. E2. Sie versucht hier zum Gegenangriff überzugehen auf den Turm. Aber wenn der Turm ausweicht nach E1, dann hat Schwarz sich hier verrannt. Also Aluna in Gefahr. Luz könnte auch hier schlagen. Dann, wenn der Turm geschlagen würde, mit dem König ausweichen. Und das tut er. Und auf dieses Matt weiterhin arbeiten. Kriegt mal Luna es pariert. Es ist nicht leicht. Denn es droht auch Dame E8. Schachmatt. Einzige Chance ist König nach F8. Ei, 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 ei. Ich glaube, das wird schwer zu parieren. Mit der Wings. Geht nicht auch. Sie macht den einzigen Zug. Aber F6 wäre doch aufgegangen, oder? Nee, Dame E8 verschammert. Ruz gibt hier Schachs. Aber jetzt läuft der König weg. Und Maluna ist wieder im Spiel. Hat nur eine Minute weniger auf der Uhr. Reicht da die Zeit? Ihr reicht ein Unentschieden. Das heißt, sie kann hier mit dem König hin und her laufen. Jetzt versucht sie auf der anderen Seite zu verstecken. Ruz gibt weiter Schachs. Aber solange Maluna jetzt schnell spielt, scheint Ruz da auch noch kein Konzept zu haben. Wie er durchbrechen kann. Ist noch alles drin. Nur 48 Sekunden. Ist natürlich nicht viel Zeit. 40. Ah, die Zeit, die Zeit, die Zeit. Die Stellung ist gar nicht das Problem. Ungefähr ausgeglichen. Aber sie darf hier nicht an einem Zug. Was sagt sie, was sagt sie? Wir hören mal rein, wir hören mal rein, wir hören mal rein. Ja. Fuss hat die Uhr natürlich im Blick. Ähm. Na, die Zeit. Die Zeit wird's machen. 19 Sekunden ist zu wenig. Da braucht man so viel Bullet-Erfahrung, um in der Zeit noch viele Züge machen zu können. Dame D3, bitte den Damentausch an. Und da ist die Dame weg. Aber die Zeit war eh schon zu knapp. Uff. Was für ein Drama. Ja, durch das ständige Schachsetzen kannst du natürlich, äh, den anderen zum Zeitverlust zwingen. Stimmt's? Absolut. Danke. So, letzte Hoffnung für Maluna ist ein Putt. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Das war's. Er hat auch noch zu viele Bauern. Roos ist ja nicht schüchtern mit Schachsetzen. Vier Sekunden. Ah. Hä? Also. Das Matt wird kommen. Das hier, das kann Roos. Und Roos zieht ins Finale ein. Uff. Der Titelverteidiger setzt sich wieder durch. Er braucht diese, er braucht den Druck. Er braucht den Speed. Haken wir diesen. Well played. Oh, ich hör dich nicht. Boah, das war, ey. Es wär mir so peinlich gewesen, auf Zeit zu gewinnen. Ich musste das noch holen. Mann. Danke nochmal. Vielen Dank, alles. Amchel, Mann. Mann. Ich hab zu danken. Ja, herzlichen Glückwunsch an euch beide. Natürlich an Roos für den Einzug wieder mal ins Finale. Hatten wir schon mal einen Titel verteidiger? Nee, ne? Ede. Was denn? Roll nicht rum lang. Guck dir das an, wie das aussieht. Guck mal hier, ja. Ja, hol dir erstmal eine zweite, dann sprechen wir weiter hier. Ja, aber ich muss echt sagen, ne? Keine Ahnung, wo ihr Maluna herhabt. Aber der Computer sagt, fast jeder Zug war perfekt. Also, so gut bin ich nicht. Ich hab jetzt auch nur gewonnen, wahrscheinlich mit Erfahrung. Wenn sie noch ein Jahr spielt, werde ich hier nicht mehr antreten. Ich hör nicht auf. Ich mach auf jeden Fall weiter. Ja, safe. Wirklich, mach das. Also, da ist wirklich, ich seh da, ich als schacherfahrender Lehrer, seh da durchaus viel Potenzial. Ne, war super knappes Match, Maluna. Super stark gespielt, dass er auch absolut gewinnen kann. Auch in den beiden Partien. Vorher schon. Und jetzt Armageddon am Ende. Wie so häufig hat's die Zeit geregelt. Also, es gab hier ein paar wackelige Momente vorher. Bruce, du liebst so sehr diesen Bauern auf H6. Du tauschst ja nicht mal gegen Läufer, ne? So, dass du den Läufer hier wegnehmen kannst. Na ja, ich hab einfach, ehrlich gesagt, guck mal, man weiß ja immer nicht. Manchmal ist man unter Druck, dann macht man Fehler. Aber ich hab da gedacht, wenn ich das mache, dann kommt der Turm runter. Beziehungsweise sind ja erst Bauern, dann geht der Bauer, ja, also ihr Bauer kommt runter, nimmt meinen weg, so. Ne, der Bauer, genau. Ja, und dann sieht's schon ein bisschen gefährlich aus. Ja, den hab ich trotzdem mitgenommen. Du kannst hier noch einschlagen und der Köln ist ja nicht matt. Hab ich überlegt. So hochiert man oder schlägt. Aber ja, das war der Fehler von Maluna hier vorher, den Läufer selber einzumauern sozusagen mit F5, da war er weggefangen. Und dann gab's schon keinen Ausweg mehr. Nein, diese, ich hab halt, ich hab ehrlich gesagt, muss man auch sagen, äh, ich, also ich bin ein bisschen nervöser als sonst, weil ich die ganze Zeit, ähm, da, die ganze Zeit mein Herz schlägt so hart und dann hab ich die ganze Zeit gedacht, ey, beruhig dich. Die haben mir gesagt, sie, äh, sie spielt erst einen Monat Schach. Ach, das schaffst du locker, beruhig dich. Ich hab mich versucht zu beruhigen, aber da kommt die, macht jeden Zug perfekt. Ich dachte, Alter, ich muss echt, ich muss echt, äh, mehr Mühe irgendwie. Ich fühl mich geert, danke. Nee, du spielst brutal, Alter. Nein, für einen Monat Schachst, also unglaublich, unglaublich stark, also ohne. Ich sag dir ehrlich, pass auf, nicht, dass der Gary Kaspar auf dich noch holt. Der holt sich nur die Besten. Ja, ich finde, also, das ist sehr großes Lob, danke, aber ich hab trotzdem sehr viele Fehler gemacht. Typisch Iranerin, Alter, hängt einfach, äh, Chhatran, Chhune, 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 Chhune. Aber ich will, aber ich muss sagen, äh, ja, wird nicht einfach morgen, äh, wann ist das Finale, Sonntag? Morgen. Morgen. Morgen direkt schon. Morgen? Wie viel Uhr? Ich sagte, der kann nicht. Morgen 20 Uhr. Oh, da hab ich Restauranteröffnung. Äh, kann ich irgendwie, kann Maluna für mich spielen? Das musst du mit Fabian Krane aushandeln. Fabi Krane. Fabi Krani. Hm. Noch ganz kurz hier, um das, um das Hintern zu bringen, also war eigentlich alles in Ordnung von Maluna, was ich hier gemacht hätte, aus praktischen Gründen, wenn dieser Bauer hier ist, dann hast du immer das Problem, wenn die Dame ankommt, dass dieses Matt ständig in der Luft liegt und das ist sehr schwer zu spielen. Das hab ich hier eigentlich die erste Chance genommen, die Damen zu tauschen und ohne Damen ist das nicht so schlimm. Und dann steht Schwarz besser halt hier mit dem, mit dem Bauern mehr. Dann spielt es sich ein bisschen leichter. So musstest du so viel Zeit aufwenden dafür, immer diese Drohung zu parieren, dass es dann für Roos auf jeden Fall leichter zu spielen war. Und er hat das dann auch sehr, sehr gut runtergespielt hier mit Dame schlicht E5. Jetzt war Schwarz schon unter Druck, König F8, einziger Zug wieder, aber sehr gut gesehen, weil es drohte Matt hier und hier. Muss ich schon sagen, immer. Ja, so zweimal probiert. Aber ich so, ah, das kenn ich schon. Ich hab dann einmal versucht, Damen zu tauschen, den hast du aber dann nicht gesehen, weil da einfach wahrscheinlich Zeitdruck. Ja, aber hier war es mit der Uhr eh nicht mehr zu machen, weil hier hatte Maluna noch 20 Sekunden und das ist natürlich wenig gegen anderthalb Minuten. Ich hab hier einmal Angst gehabt, bei dem Hin- und Herziehen, da hab ich einmal kurz gedacht, yo, ich darf ja nicht auf Remy irgendwie, dann verliere ich das, weil ich weiß. Ja, nee, aber ich würde jetzt auch nicht drei Züge hintereinander dasselbe machen. Nee, 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 aber ich hätte das beinahe gemacht, aber man, wenn man in der Zeit, also, ja, macht man schon Fehler. Naja, ist gut, Maluna, super. Aber es war ein Gewinn für diesen Turnier, wirklich. Super spannendes Match. Aber ein Iraner hat es ins Finale geschafft, let's go. Ich werde es versuchen für uns zu holen. Sehr gut. Ich mach diesen Schnurrbart im, ich werde diesen Schnurrbart runterholen im Finale. Was traut der sich hier mit 25 so einen Schnurrbart wachsen zu lassen, als wäre er Ede. Nur Ede darf so einen Schnurri haben. Schnurrbart. Ja, aber mit 25 hatte ich aber noch keinen. Hätte ich geträumt von so einem Ronny-Berger-Schnalzer. Der Ronny ist aber wirklich gut da, also, ich glaub nicht, dass ich das schaffe, aber ich versuch mein Bestes. Der Ronny ist schon sehr gut. Ich hoffe, der kennt White Man Can Jump nicht. Ja, genau. Der ist zu jung dafür. Sag mal zu Papa Ede, tschüss. Sag mal. Ja, mach's gut. Ja, mach's gut, du kleine. Rus, wir sehen uns morgen im Finale. Ich freu mich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank, dass du weitergust. Toll gespielt, Maluna. Wirklich, ich hoffe, wir sehen dich hier wieder beim nächsten Zugzwang-Turnier. Und dass du vor allem beim Schacht dabei bleibst. Ja, definitiv. Das war ja sowieso mein Ziel. Ja, sehr gut. Ohne Spaß, Maluna. Für einen Monat Schach ist das unglaublich gut, was du hier abgelehnt hast. Also, gut ab. Sehr stark. Also, vielen Dank, ihr zwei. Und Ruth, dich sehen wir morgen, trotz Restaurant-Eröffnung hoffentlich dann hier im Finale gegen Ronny Berger. Wir schauen noch mal auf den Turnierbaum. Da sehen wir es. Hier haben wir Ronny hat sich durchgesetzt. Ruth gegen Maluna. Und das Finale. Ruth gegen Ronny. Bin gespannt. Das ist unmöglich zu predikten. Das ist unmöglich voraussagen. Guck mal, da hält schon immer noch. Immer noch knutscht da seinen Pokal. Das sind schöne Bilder. Das sind tolle Bilder. Die werden um die Welt gehen. Gute Nacht. Your wife is in medians, Ronny. Macht's gut. Bis morgen. 19.30 Uhr, dann die Pre-Show und dann um 20 Uhr das große Finale. Ciao. doors already. Das wird blau. So hot. Das ist sehr, sehr süß. Musik .